ja und herzlich willkommen hier wieder beim koali und zu einer neuen runde pen and paper rollenspiel wir spielen heute im rahmen des nerdpool adventskalenders eine runde dsa aber nicht nach dsa regeln sondern mit einem homebrew einer mixtur aus das schwarze auge und dem arcana kartensystem aus dem universum von engel und ja wie das ganze funktioniert das werdet ihr dann hoffentlich mitbekommen in im laufe des streams wenn fragen sind oder so dann könnt ihr die auch gerne in den chat reinschreiben wie irgendwie was funktioniert falls ihr das ganze noch nicht kennt ja und heute mit dabei ich spiele nicht alleine das macht nämlich keinen spaß sind illustre gestalten die aventurien heute mit leben füllen nämlich der geryon der spielt nämlich askier hallöchen askier genau und askier ist ein krieger nicht wahr soll ich mich kurz vorstellen ja mach mal dann mache ich das ja genau askier ist ein krieger und noch ein ja relativ junger oder kommt gerade in die besten jahre 22 ist er alt hat den großteil seines lebens inzwischen als söldner an verschiedensten fronten gedient vor allem im ja norden des mittelreiches vor allem gegen org aufstände ist allerdings schon recht weit durch die welt gekommen und hat dabei auch durchaus so einiges gelernt was die kampfkunst angeht inzwischen will er sich eigentlich so langsam von seinem üblichen söldnerleben entfernen und sein können und sein geschick was er sich angeeignet hat höheren zielen widmen als dem einfachen kampf gegen orks im moment ist er noch nicht ganz davon weggekommen aber hält die augen nach gelegenheiten offen sich besseren zielen zu widmen das mittelreich hat ja gott sei dank die orkkriege halbwegs überstanden beziehungsweise ja es gibt ja gab dann nachher noch ein krieg der noch viel schlimmer war als die orkkriege und naja askier ein mit 22 hat er da schon einiges miterlebt denke ich ja gut gut den haben wir denn noch so wir haben noch den stratman oder streetman der spielt uns den darag 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 ist ein zwerg nicht wahr also du aber danke ja wo mich jetzt fehler drin nur aber ist ein kräftig gebauter zwerg mit langen schwarzen haaren die zu einem bart die zu einem topf zusammengebunden sind er hat eine bewegte geschichte und war damals ein ehemaliger offizier der ambus zwerge und kämpfte und kommandierte in zahlreichen schlachten was sich auch auf seinem körper widerspiegelt ein paar vereinzelte namen zeichnen seinen körper an von schlachten in denen er lebenswürdigen gegner hatte und auch eine große narbe auf seinem rücken über die er allerdings nicht spricht stammt von seiner letzten schlacht nach seiner letzten schlacht hat er das militär verlassen sowohl als auch seine familie und die heimat und seitdem unterwegs auf wanderschaft in hoffnung von dinge zu finden von denen er noch nicht weiß dass er sich finden möchte er ist ein geübter kämpfer mit seiner naja sag ich mal lieblingswaffe dem achst hammer also einer zweihändigen achst hammer eine seite hammer eine seite ist axt kann damit sehr gut umgehen und es gibt einen besonderen gegenstand an den er sehr hekt ist es der entrinkhorn was er im prinzip immer mit sich führt und naja passt schon und hoffentlich ist das immer mit gutem zwergen ale gefühlt ja wäre eine schande wenn ich ja ja die beiden krieger sind unterwegs und haben einen gut bezahlten auftrag angenommen sie sollen einen dieser schwächlichen magier schützen aber so schwächlich ist er gar nicht ist nämlich ein ziemlich robuster zwergischer geselle der torwalsche lieder singen kann und wird gespielt von cosmic spirit der xandra das ja hallo zusammen das ist richtig genau das ist ein zwergen magier was für zwerge ja relativ untypisch ist aber er war halt einfach so begeistert davon und man hat schon in frühen jahren seine magische fähigkeiten schon gesehen und dann hat er sich gedacht okay ich werde magier in der magier akademie er denkt sich ja gut die krieger hätte ich jetzt nicht gebrauchen können ich kann mich ja selber wehren ich bin ein großer starker zwerg der auch noch relativ jung ist mit seinen 50 jahren und der ist im auftrag seiner akademie unterwegs aus torwahl um eben magische artefakte die ein magier hinterlassen hat mal zu begutachten genau ja und last but not least heute ganz spontan vor ein paar stunden erst dazu gestoßen auf der weg gabelung zwei auf der reichsstraße richtung keine ahnung wohin weil das mittelreich ist so groß dass ich da ein thulamide schnell verlaufen kann ist kadir als sarab gespielt von rerion facts zum grüße ei 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 ja was haben wir denn da fein gesellen unter uns ja kadir ist wie man sehen kann thulamide wenn auch tatsächlich schon mit auffallend dunkler haut also vermutlich ist da waldmenschenblut mit drin hat einen gepflegten kinnbart lange etwas mehr als schulter lange haare die zu ganz vielen kleinen zöpfchen zusammengeflochten sind trägt normalerweise etwas dunkelere kleidung ähm pfeift stets ein fröhliches liedchen vor sich hin oder ist mit irgendwas am jonglieren seines steine oder bälle oder auch messer irgendwas hat er immer dabei ähm alter ist wirklich schwer zu schätzen aufgrund des in der der jugendlichkeit die aus jeder seiner bewegungen spricht und aus seinem ganzen sprühenden charme er ist ein widerlicher quell der frohen natur ähm auffallend ist dabei seine ähm extrem hellen blauen augen die überhaupt nicht zu einem thulamiden oder moha zu passen scheinen ähm ja und ähm ähm er ist dann dieser seltsamen gemeinschaft begegnet weil also so viele zwerge gibt es in den thulamidenland nicht jetzt direkt zwei ja also zwei auf einmal und der eine trägt richtig imposante waffen der andere nicht das ist sehr irritierend ähm und äh dazu dann dieser baumlange kerl der da mitläuft ähm das ist bestimmt der aufpasser der zwerge ja irgendwas oder der kerkermeister man weiß es nicht ähm und das und das versprechen hervorragende opfer äh begleiter zu werden und ähm da hat er sich dann einfach mal kurz drangehangen äh mit ein paar äh fröhlichen worten und ähm ein paar kunststückchen aufgeführt zu werden die neben ihm her gelaufen ist weil alleine reist das total langweilig ja ja und es ist seitdem klebt er ihn an den stiefeln warum ist er denn überhaupt äh hier so weit im Norden ah das ist eine wirklich falsches Thema ah das ist eine eine heikele Geschichte also ähm Kadir hat eine Schwäche für schöne Frauen und in den Thulamidenlanden gibt es die schönsten aller Frauen ja das wussten auch andere zu ihrem Vorteil reinzusetzen und da ist der arme Kadir in eine Falle gelaufen und wie das so ist bei Facts Wetts Schulden sind Erdenschulden und um sein Gesicht zu wahren muss er jetzt in das Reich der Mitte ziehen um ähm mehrere Dinge herauszufinden zum einen ob das Gold tatsächlich hier so einfach auf der Straße liegt wie man es ihm gezeigt hat gesagt hat oder und vor allen Dingen bei Facts wie funktioniert dieser ganze Apparat oder Sklaven Tja das wird sich noch herausfinden lassen ähm ja wie stehen eigentlich Durak und Xandradash äh so wenn sie jetzt schon eine Weile unterwegs sind äh zueinander ich meine äh der Durak als Vertreter der Amboss Zwerge ähm auf dem Kriegspfad nenne ich es einmal mit seiner großen Axt und seinem zwergischen Trinkhorn äh der Xandradash ist äh naja nur ein ganz anderer zwergischer Geselle wie wie steht denn Durak zu dem Magiertum und zu diesem etwas anderem Gehaben von Xandradash naja ist ihm das egal solange er gut zahlt ich bin ich bin Xandradash mal äh in einer Schenke begegnet auf einem Waldweg und bin mit ihm ins Gespräch gekommen weil man äh andere Zwerge trifft man ja nicht so oft auch wenn es nun auch wenn es Magier ist das ist mir im Prinzip egal ich konnte ja auf den Schlachtfeldern damals äh magiebegabte Zwerge sogar mal effektiv für mich einsetzen also habe ich da sogar ein bisschen Achtung davor äh bin mit ihm ins Gespräch gekommen und äh naja da ich kein mögliches Reiseziel hatte er aber schon und ich muss ja auch irgendwie meine Brötchen verdienen haben wir uns darauf geeinigt dass ich ihn begleite und er für mich ein wenig aufkommt und wie ist das umgekehrt für Xandradash? äh naja Xandradash kennt ja schon die Zwerge Xandradash ist eigentlich auch schon gewöhnt dass er manchmal naja so nicht nette Sprüche von Zwergen bekommt weil hey ne Magie Zwerge selbst die Familie hat dann gesagt hey was was willst du da du bist du bist ein Zwerg du die Eltern waren Händler du sollst Händler werden du sollst hier unsere ne unser Geschäft erben aber direkt ein guter Anknüpfpunkt mit für Kadir genau naja aber die Magie war ihm halt wichtiger und er ist es gewöhnt er nimmt halt so hin ja an welcher Akademie hat er studiert? hast du das schon erzählt erwähnt? äh in Torval hatte ich das erwähnt also auf jeden Fall kommt er von der Torvaler Akademie der Hellsicht Akademie ist ein Hellsicht Magier also auch ein Freigeist unter den Magiern ein ziemlicher Freigeist genau ganz gut ja und wie sieht das bei Askir aus? also du hast ja jetzt den Kollegen Durak diesen stämmigen Zwerg mit diesem riesigen wuchtigen kantigen äh Zwergen Trinkhorn und der Waffe äh wie steht denn Askir zu äh zwergischen Söldnern und äh generell zum Söldner oder zu Magiern oder zu dem komischen Halodreh der euch da hinterher läuft und die ganze Zeit irgendwas jongliert ja also ich würde sagen äh dem guten Durak steht der soweit neutral gegenüber er macht bestimmt einen guten Job ich hab sicher auch schon mit den ein oder anderen Zwergen Söldnern gekämpft und was den Zwergen Magier angeht so bin ich ihm vielleicht ein bisschen zwiegespalten gegenüber er bezahlt mich recht gut nach langen eifrigen Verhandlungen ansonsten ist der gute Askir nicht allzu angetan was Magie angeht ja hatte damit nie zu tun führt ein einfaches äh Söldner Dasein was das angeht und ist nicht wirklich interessiert an den genauen Geschäftlichkeiten äh den wir hier eigentlich nachgehen solange das Gold passt äh findet er es aber für den Moment in Ordnung zu dem er halt auch natürlich hofft durch die gegebenen Umstände vielleicht ähm ja einen ersten Anreiz zu bekommen in welche Richtung sein weiteres Leben ihn vielleicht verschlagen konnte gerade ist es für ihn eher eine Zweckgemeinschaft der soweit folgen kann ja diese illustre bunte Truppe wie Feramin gerade schon im Chat schreibt äh ist äh in der Tat auf dem Weg in eine kleine äh in ein kleines Städtchen im Mittelreich ähm sie haben das Stadttor gerade ähm passieren können als die äh die Wächter am Stadttor die die Büttel gerade dabei waren das Tor zu schließen weil die Sonne schon untergegangen war sie haben sich äh wahrscheinlich zum äh ja zum Leidwesen aller äh einer ordentlichen Kontrolle unterziehen müssen am Stadttor und äh mehr schlecht als recht und mit einigen Fingerkniffen ist es Kadir gelungen einiges hineinzuschmuggeln ohne dass es entdeckt wurde und auch Xandradar, Shodurak und Askir mussten einiges äh mussten zumindest ihre Kriegerbriefe auch vorzeigen und ihre Siegel, Magiersiegel vorzeigen also die die waren da äh sehr sehr streng die Wachen am am Tor was ihr so von der bisherigen Reise gar nicht so gewohnt seid und äh ihr habt schnell aufgeschnappt dass es in dieser Stadt ein Problem gibt weswegen die Wachen so äh streng und kontrollbesessen sind nämlich die Wachen stehen unter äh unter ziemlich Strom weil die Stadtwache äh eine große Einbruchsreihe in der Stadt nicht unter Kontrolle bekommt seit rund ein paar Wochen äh ja sind die Reichen in diesem Städtchen ähm als erstes und danach halt auch andere mittelständische oder auch kleine äh Leute von einer Einbruchserie ähm betroffen geworden ist sind vor allen Dingen große Mengen Geld verschwunden aber auch edle äh Klamotten oder Geschmeide ähm Edelsteine und so weiter alles was irgendwie ein Status äh Wert hat ist ebenfalls abhandengekommen also immer einzeln natürlich und das ähm das Merkwürdige daran ist dass die Stadtwache keine keinen blassen Schimmer hat wer hinter diesen Einbrüchen steckt und äh naja die Händler und die Reichen der Stadt sind ja nicht blöd sie zahlen gut haben eine hohes Lösegeld äh ein hohes Geld ausgesetzt um äh um diesen ähm ja diesen Dieben Herr zu werden und haben auch äh ordentlich Geld äh Summen investiert für Sicherheitsdienste oder äh Söldner die ihre ihre Reichtümer beschützen und ähm ja dennoch sind viele von denen weiter Opfer dieser dieser Einbruchstruppe geworden und was umso merkwürdiger ist ähm die Einbruchsdiebesbande scheint so raffiniert vorzugehen dass niemand sie bemerkt und seien die Vorsichtsmaßnahmen noch so streng und noch so kompetent ähm mögen da 20 Leute um den Raum in dem das Geld sich befunden hat in der Stadt herumpostiert sein und ein dickes Schloss und eine dicke Tür ähm die Leute trennen von von den Reichtümern die in dem Raum verborgen sind nichts hat diese Diebe aufhalten können und zwar nicht nur nicht aufhalten können nein diese Wachen haben keinen Dieb bemerken können das ist und es sieht so aus als ob die die Räumlichkeiten in denen die Sachen äh ja gelagert wurden die Schlösser sind heil kein Fenster wurde eingeschlagen nichts wurde kaputt gemacht oder zerstört es ist einfach so als wäre von einer Stunde auf die nächste das Schmuckstück das Geld oder die ähm die edle Klamotte einfach verschwunden und niemand weiß wer das sein könnte vielleicht ein Kobold genau die Gerüchte gehen rum äh ja als erstes vermutet man natürlich immer irgendwelche übernatürlichen Sachen aber in der Umgebung der Stadt gibt es keine Elfen die dahinter stecken könnte mit Kobolden hat man auch schon lange nichts mehr zu tun gehabt äh wenn dann auch nur in der 10 Hexen gibt es soll es irgendwo im Wald soll es vielleicht Hexen geben und der Magier der in dieser Stadt ansässig ist in seinem Magierturm den kann man auch nicht beschuldigen denn der ist vor kurzem verstorben und äh ja Xandradash weiß das am besten weil Xandradash von seiner Akademie ausgesandt wurde um diesen Magier nämlich äh also die Nachlassenschaft dieses Magiers zu begutachten denn der hat magische Artefakte gesammelt und Xandradash muss natürlich für seine Akademie versuchen ein paar von diesen wertvollen Gegenständen äh zu erstmal zu begutachten ob sie überhaupt irgendwas taugen und dann natürlich zu sichern und einzukaufen und vor ähm illustren anderen Leuten zu schützen ja genau das sind ähm es sind die Umstände die euch äh als ihr in die Stadt eingedrungen seid irgendwie äh drangsaliert haben ähm ja deswegen sind auch die die Händler die sonst immer in der Stadt unterwegs sind machen einen großen Bogen in der letzten Zeit um die Stadt deswegen ist auch in der Taverne die ihr besucht habt relativ viel Platz ihr habt äh günstig äh Zimmer bekommen und äh ja ansonsten ist auch am Abend wenn ihr ja ihr kommt ja am Abend in die Taverne rein ähm ja nicht allzu viel los ähm und äh wie wie kommt ihr denn unter also wie knausrig ist Xandradash denn äh kommt ihr in einem großen Schlafsaal unter oder habt ihr alle Einzelzimmer und quartiert sich Kadir ebenfalls da irgendwie ein und wenn ja wie finanziert er das und in welchem Stil haust er da also Xandradash wird sich natürlich ein Einzelzimmer nehmen weil ähm wenn er jetzt schon hört dass da so viele äh ne Verbrecher umgehen und und alles klauen was nicht nied und nagelfest ist dann muss er dann natürlich auf seine Sachen aufpassen ähm ja die anderen haben ja ihren Soll bekommen beziehungsweise ein Teil ihres Solltes und davon können sie dann natürlich selber entscheiden wie sie sich einquartieren ja was soll es denn sein für Askir und Durak ein großer Schlafsaal reicht ich würde höchstens darauf achten dass ich natürlich in der Nähe der Tür von Xandradash bin dass ich zumindest so einigermaßen meine Söldner- und Leibwächteraufgabe erfüllen kann nicht dass jemand seinen Magierstab klaut das wäre natürlich katastrophal ich möchte zumindest in der Nähe sein wenn es irgendwie Radau gibt aber ansonsten reicht mir eine kleine Brütsche das Billigste was du gibt ja und wie sieht das bei Durak aus? ich mache mir erstmal Sorgen um mein Eigentum selbst vor allem um das Trinkhorn ich würde nämlich gerne erstmal die ähm die Wirtin fragen ob denn auch Reisende beraubt wurden oder ob es nur ansässige waren also gute Frau ja sagen sie ist Ihnen denn bekannt ob auch Durchreisende ausgeraubt wurden von diesen ominösen Dieben Oh ja Einer der üblichen Händler aus Norbadenland der mit dem kostbaren Honigwaren gehandelt hat der der hat tatsächlich einen Großteil seiner Barschaft vermissen lassen aber man ist sich nicht ganz sicher vielleicht hat er das auch nur vorgegeben dass ihm das geklaut wurde ist das ein Einzelfall ist das immerhin einer Bade na so muss ich mit einem Auge offen schlafen haben sie denn ja etwas ein klein bisschen bequem ich ja zumindest wir haben alle unsere Betten sind bequem egal ob Schlafsaal oder im Zimmer natürlich haben sie im Schlafsaal nicht den Vorteil sich aussuchen zu können wann sie ins Bett gehen und ob sie andere Leute stören oder nicht durch ihre Schnarchen oder nicht schnarchen und die anderen könnten auch schnarchen aber ach das ich bin ja ein Zwerg das macht mir kein Problem ok ich glaube ich nehme den ich glaube ich nehme den Schlafsaal einmal Schlafsaal mhm danke mit oder ohne Frühstück mit es geht auf die Rechnung von Xander das schon natürlich ach ach so ja sie gehören zusammen genau gut dass der von seinem Glück noch nichts weiß ja und Kadir ähm was ist denn für eine Jahreszeit aktuell äh wir haben es weil es sich um einen adventlichen Stream handelt natürlich Winter boah ist das kalt hier ja warum hat mir niemand gesagt dass es so kalt ist die Mitte reich wie ein Teufelsarsch äh äh ja ähm also ähm Kadir wird auf jeden Fall äh den Schlafsaal äh bevorzugen ähm weil ähm er ist sowieso nichts anderes gewohnt ähm ähm und äh äh wenn man da ähm ähm wird er mal so die äh äh wird ihn ähm ansehen Asila Taube Taube des Reiches der Mitte sagt ihm in eurem feinen in eurem feinen Haus ähm was würde denn der Schlafsaal kosten ähm 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 ist es ähm gar nicht so ähm ähm was hab ich denn eben gesagt nennt ihr irgendeinen einen sehr günstigen Preis oh ihr Tochter der Geschäftstüchtigkeit ihr macht einen alten Thulamiden ja richtig verlegen ist das so denke ich ein bezauberndes Lächeln ich habe vielleicht ein kleines Angebot für euch im Sinne des Listerreichen hm ähm ähm wie wäre es denn wenn ähm ich ein bisschen ähm Kunststücke aufführe zur Erhalterung der Leute vielleicht kommt da doch noch jemand mit hinzu und trägt's zu der Geschäftstüchtigkeit bei ihr meint ihr könntet von draußen noch ein paar Leute hier reinholen ich kann es auf jeden Fall versuchen ähm oh das wäre äh hervorragend ähm wenn ihr das schafft also wenn ich heute Abend die die Tische alle vollkriege dann äh lasse ich euch umsonst übernachten ah ich sehe im Pfiffer stehen uns über zaubernde Wüstenblume ja du kannst es nicht sehen aber aus der durchreiche in der Küche guckt guckt jemand ganz schön bissig in deine Richtung darf ich darf ich noch eine Zwischenfrage stellen ja bitte wie sieht die Wirtin aus ja sie ist schon es wäre sehr schön wenn es wenn es eine stämmige Frau wäre ja sie ist ja sie ist sie ist sie ist jetzt kein Topmodel schon was älter aber okay jetzt auch nicht wirklich pottenhässlich äh wie die Nacht aber ja er wird sich dann in eine ähm ja eine tiefe Verbeugung äh entgegenbringen und wenn er so den Blick bemerkt so diesen stacheligen vernichtungsblick so von der Seite wird er da sich erst recht noch mal hin verbeugen ja ja wie möchte Kadir das denn anstellen Leute in die Taverne reinzulocken äh finde ich draußen eine Kiste draußen eine Kiste hm ich kann ja mal wir können ja mal machen ähm wir können ja unsere Karten mal zeigen schauen wir mal was die Karten sagen ja also wir spielen ja nach dem Arcana Kartensystem wechseln mal die Ansicht hier so dann äh kannst du einfach mal schauen kannst du ja mal einen äh eine Karte ziehen mhm mhm hey dann schauen wir mal was die dir sagt und ob du da mit eine Karte findest oder nicht hh 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 wenn Spieler sowas eine Karte zieht hat er mehrere Möglichkeit diese zu interpretieren und sie auf seine seine Aktion zu äh zu beziehen entweder er nimmt einfach die Karte an sich die ist jetzt Ifirn In der Bedeutung das heißt wenn die Karte umgedreht ist ist sie halt immer etwas negativer als wenn sie aufrecht steht und ihr seht schon umgedreht sind es halt die Gegen Ähm Aspekte die für die Ifirn normalerweise steht in diesem Fall halt Grausamkeit verlorenheit und die kleinen begriffe unten drunter sind noch als als extra noch als als input möglich so und jetzt hat rerion halt die möglichkeit diese karte zu nehmen und diese bedeutung und sie zu interpretieren und dann herauszufinden was in dieser szene mit ihm passiert als er rausgeht um eine kiste zu suchen ich habe da auch schon einen plan ja sehr schaut sich kurz um findet dann auch eine kiste also zieht dann von der seite einer ran die knarzt schon ganz schön ja nicht mehr ganz so top in schuss stellt sich dann da drauf und fängt erst mal laut an zu rufen ja gute leute ja gute leute heute in der der sitze eigentlich die taverne und die hatte sogar einen namen augenblick muss es noch mal raussuchen hatte mir das irgendwo aufgeschrieben naja unter dem tobria heißt die heute abend in der in der großartigsten taverne die es weit und breit gibt unter dem tobria einen auftritt des größten aller gaukla mir seht und staunet was kardiere als als er ab was meine wenigkeit ist ich bescheidener sohn des landes aus dem süden unter der ersten sonne was ich alles mit meinen händen zu verbringen vermag kommt her und seht und staunet würde ich da anfangen so ein paar in meine tasche zugreifen und ein paar bälle rauszunehmen und zu jonglieren was in den ersten augenblicken auch noch ganz gut gelingt bis ein paar kinder wird da so nah muss ich so am seiten gelassen ich mal einfach so gucken bisher neugierig gucken und er sich dann so halb so ihn umdreht als es so sieht sie breit an lächelt und sie dann vor dem doch recht dunklen gesicht erst mal erschrecken und dann laut aufschreien und anfangen mit zwei drei steinen nach ihm zu werfen was ihn dann so aus dem takt bringt in dem moment versucht dem stein auszuweichen dass die kiste und dem durchbricht und der einbricht ja es gibt ein lautes rumpeln und ja die kiste gibt nach und kardier fällt hinten über und das dann liegt dann ja auf dem rücken alle viere von sich gestreckt im schnee der straße also im matschigen schnee der straße das war absicht kardier ja ihr der wahrscheinlich drin geblieben seid habt draußen und dieses krabatsch genau legt schon wieder los ja ich würde bei meinem zimmer zum fenster gehen und raus auf die straße gucken dann bleibt dann im schnee erst mal liegen und macht dann so ein schnee engel seid ihr erfolgreich der auftritt muss immer weitergehen ich habe die szenerie vielleicht durch die durch die tür gesehen ja während ich am kamin sitze wende mich wieder dem wärmenden feuer zu also kommt und legt euch auch unter den kommt auch zum unter dem tobria also ich weiß nicht wie oft es da bei euch im süden schneit aber das ist schnee falls du das noch nicht kennst als er bleibt da noch so ein paar umblicke liegen steht dann auf klopft sich den schnee ab flucht unglaublich unflählich auf tulamidia vor sich hin irgendwas von kalte nasse barbaren und wird dann wieder reingehen mein freund der weiße schnee schmeckt nach zitrone musst du mal probieren der gelbe meine ich der gelbe schnee wird dann bringt auch unserem freund hier ein bier und eine warme mahlzeit und für mich bitte auch ein bier mein schmerz bauchiger freud mit der seltsamen waffe nur weil es nur weil ich vorhin noch nie schnee gesehen habe bin ich nicht dumm das ist schön zu hören ich war nur ein test um euren intellekt beurteilen zu können ihr habt bestanden glück wisst ihr in der stadt wo ich herkomme aus dem wunderbaren fassaden die prächtigste stadt der welt gibt es einen ein geflügeltes wort das ist eigentlich gibt es da zwei geflügeltes sprichwörter das eine ist dass die kleidung eines mannes verrät nichts über seine berufung das zweites halte die schweren von der ala habi aber das tut ihr nicht zu sachen ja du du erntest auch von der von der wirtin und einigen leuten die dir gibt tatsächlich in die taverne reingefolgt sind einige blicke so ich blicke auch ein wenig fragend an denn meine rüstung verrät sehr wohl was von meiner profession aber gut auch aske kommt inzwischen in leichter leder rüstung mit seinem schwert die treppe der hinunter und geht erst mal zur wirtin um gute frau ja ich habe mein bett ausgesucht wollte das bezahlen für die nacht und einen abend mal wenn ihr noch eins habt zu dieser stunde und natürlich klar was darf es denn sein ein ende eher so ein eintopf oder möchtet ihr noch etwas von braten was übrig ist ein eintopf sollte reichen ich nehme den braten und noch ein meter zu bitte wenn wir schon mal dabei sind natürlich für meinen komparen dann also zwei mit ja prima und noch einmal braten ja sicher klar dann wird es aber schon eng mit dem braten kann ich eurem dunkelhäutigen freund auch etwas dann wäre alle eintopf man will ja nicht den ganzen braten weg ist und das gehört sich ja nicht im sinne von kratzig kurz am kopf schaut zum türraum travia travia genau das gehört sich ja nicht im sinne von travia alles weg zu essen ja sicher klar ja nimmt platz an einem der 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 großen ecktische die so ein bisschen irgendwie in die in der an der ecke stehen wo er halt auch ein bisschen für euch seid und ihren guten überblick habt über die schankstube die sich jetzt tatsächlich also obwohl kadir da draußen irgendwie es scheint sich zu füllen auch wenn die die leute die hinein kommen irgendwie kadir so ein bisschen angucken wie so ob das was gutes ist aber ja gut so also so ein kunststückchen wird er wohl können so unter dem motto und wenn er wenn er wenn die leute halt in diesen diesen dunkelhäutigen thalamiden mit den zwergen an einem tisch sitzen und dann hellen sich so ein bisschen die augen offen er hat sogar zwerge für seine show dabei das geht so ein getuschel los den gedanken und jetzt kann ich die zwerge nicht reif entspringen lassen das sage ich ihnen aber besser nicht ich bin gespannt auf stelle also macht euch das sorgen sandra dasch also mir macht nur sorgen ich weiß nicht ich hoffe dass da keine artefakte geklaut wurden das war aber das haus leer zurzeit nee da die witwe wird ja wohl noch da sein und ich denke mal das hauspersonal das wäre gut trotzdem sollten wir auf jeden fall aufpassen vor allem heute nacht damit uns nichts geklaut wird gut ich hätte eine frage noch ja wie lang geht das jetzt schon zwei wochen ungefähr zwei wochen ist damals irgendwas besonderes vorgefallen das ist ja der erste einbruch also das ist ja außer diesen dingen weiß ich nicht irgendwelche zwielichtigen gaukeler in der stadt ja einer ja sie kurz so auf kadir so hat so gerade mal hochgeschnipst guckt aski an guck die anderen an legt den kopf schief nein du bist doch sehr vertrauens wenn ihr mich fragt das waren kobolde kobolde wie soll das sonst passiert sein gut frau sagt wisst ihr wann der magier gestorben ist genau nein das weiß ich jetzt nicht so genau ist der getot ja das ist gut ich fühle mich immer so unwohl mit magiern in der verzeihung nichts gegen euch ist gar kein problem ich bin es gewohnt man munkelt ja man munkelt ja er hätte schwarze magie gemacht in seinem turm dämonen gerufen oder so oder kobold vielleicht hatte die kobolde gerufen wenn ihr sagt er sei tot dann macht das keinen sinn oder die kobolde haben ihn umgebracht und dann ich weiß es nicht ich bin nicht tatsächlich kobolde gerufen die hatte er in seinem bann bis er gestorben ist xandradash ich hatte eine frage wann hast du denn vom tod des magiers erfahren vor ein paar tagen daraufhin machte ich mich halt direkt auf weil ich den auftrag von meiner akademie bekommen habe ok aber es war nichts nicht davon die rede dass hier irgendwie was ist irgendwie was spucht oder naja vielleicht vielleicht erst danach an was ihr dann erklären würde weshalb du nicht davon weißt ja ich denke das werden wir morgen dann herausfinden wir könnten auch mal ein paar wachen fragen morgen früh würde ich sagen oh wenn ihr mit den wachen redet ich wäre vorsichtig die sind nicht sonderlich gut auf diese sache zu sprechen auf den magier nein nein auf diese einbruchssache also sie sind sehr gereizt was das angeht ja das haben wir schon festgestellt das ist das ist gar kein ausdrück sie wollte mir meinen tabak wegnehmen also ist das alles zum glück haben sie den nicht gefunden der kreppelt seinen stiefen um und so eine rolle raus legt er auf den tisch er guckt sich um mit sicherheit nicht ich erkenne stadt war ich bin sicher dass gibt ja keine wache in dem moment fliegt kadir wieder so eine so eine so eine so eine nuss oder sowas an den kopf weil eines von den kindern reingekommen ist und noch so was nach ihm geschmissen hat pop kinder sind entzückend haltet das aus ihr seid zur belustigung hier ja es sorgt noch für belustigung leute fangen an zu lachen in der auftritt muss weitergehen ja lustig brummelt dann irgendwas ganz leise auf tulabidia aber aber müsstet ihr jetzt nicht eine vorstellung oder so geben wenn ihr die leute jetzt hier eingeladen habt ja aber 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 sandra ihr müsst verstehen es kommt auf den richtigen moment dann ja man kann nicht einfach hineinstürmen und sagen tada das macht man nur dann an oh er fängt an er fängt an tada viel Erfolg mein lieber kadir ich gebe dir eine introduktion sagt man das so egal meine lieben Gäste des Wirtshauses ihr seid gekommen um den großen Kadir bei dem zu beobachten was er schon draußen zu besten gegeben hat ich hoffe ihr habt auch alle fleißig eure Kinder mitgebracht denn das soll ja auch unterhaltsam werden viel spaß ja ähm Kadir ähm nimmt dann ähm so einen kleinen Beutel also stellt den so vor sich hin wie man das halt kennt bei Gaukland ähm stellt sich dann so in die Mitte fängt an sich so ein bisschen zu lockern und äh fängt dann erstmal an äh tatsächlich mit einigen äh Nussschalen zu jonglieren die da schon zu ihm geflogen gekommen sind mhm würde dann nach Exen zu bellen dann nochmal ein bisschen höher werfen oder sich auch mal dabei drehen oh unter den Beinen durch ähm jonglieren erst drei Bälle dann fünf Bälle und äh sollen wir für die Vorstellung auch eine Karte ziehen können wir machen ja gucken wie furchtbar es wird oder wie darf ich ihm ein bisschen so assistieren und die Bälle so zuwerfen dass er sie gleich mit auffängt wie im Zirkus wir ziehen mal eine Karte und dann schauen wir mal was man draus macht ich würde auch gern was machen oh Gott Augenblick also ihr könnt auch gemeinsam die Karte dann interpretieren das ist doch durchaus möglich aha das passt doch super wenn du was machen willst die aufrechte Marder Magie und Traum das ist doch schön oh da da hab ich ne Idee mhm okay ja ähm es geht dann noch so ne Zeit lang hin und her also er äh versucht dann auch die also KD versucht die anderen damit einzubeziehen ähm Asgier den Ball von dort vorne Asgier der bereits dabei war sich in die hinterste dunkle Ecke zurück zu ziehen guckt dich sehr überrascht an ja jetzt du mit schnellen Reflexen springt er los äh nimmt den Ball und äh versucht irgendwie sich zu beteiligen er sieht ein bisschen unfreiwillig dabei aus er fängt sich drin aber Xandradasch könnt ihr das irgendwie meinen Aufwind noch untermalen ja natürlich ähm Xandradasch steht auf und sagt liebe Leute schaut her dieser unglaubliche Jongleur was er noch so zu bieten hat äh geht zu dir hin berührt dich und du teilst dich praktisch in drei Teile und dich gibt es jetzt dreimal und äh schallender Applaus dann würde ähm dann würden die Bewegungen von Xandradasch die ja noch schneller werden ausladen und dann wird er die Bälle quasi direkt in sein Ärmel verschwinden lassen und gegen Messer tauschen die er dann aus den Ärmeln zieht und damit er ist eine Art Messertanz aufhören mit wilden akrobatischen Bewegungen wo er dann wieder rüber geht mit denen zu jaulieren also es zieht sich immer zurück und die anderen zwei die anderen zwei gestalten von dir die verschmilzen mit dir und teilen sich wieder von dir ja das das äh zieht natürlich äh auch äh dann noch mehr Leute von draußen auch noch herein das ist irgendwie einige Leute laufen raus und kommt schnell rein hier ist was ganz ganz tolles äh so füllt sich dann die Taverne tatsächlich äh relativ schnell ähm aufgrund dieser doch etwas äh besondereren äh Darbietungen des Thulamiden und seine zwergischen und äh nicht zwergischen Kumpane ich applaudiere dem verehrten Herr Kadir und Xandra Dasch nach der Vorstellung von vorhin hätte ich das nicht erwartet Respekt ich würde dann mit so einem äh mit so jeweils zwei Messern in den Händen und einem Spagat dann enden schallender Applaus du wirst äh etliche Male eingeladen auf ein auf ein Getränk äh Ja Was nehme ich denn ein? Nimmst tatsächlich irgendwie gute fünf Silber ein Also das war schon besonders Ja dann verbockt er sich zu der Wirtin nochmal hin zwinkert ihr zu mhm zwinkert zurück Dann gehe ich dann zu meinen Kompagnons ähm mit dem klingenden Beutel grimmst sie an Das Bier geht heute Abend wohl auf dich oder? Ich gucke kurz und dann ähm schnippe ich jedem einen Silbertaler zu Oder Askier Wer sich überwindet etwas zu tun auf das er keine Lust hat das muss auch belohnt werden Definitiv Ich wäre trotzdem froh wenn ihr mich nächstes Mal einbeinen würdet vorher Dann wäre doch die ganze Überraschung verdorben Ja für mich Vielleicht machen wir das nächste Mal so dass ich das auf euren Schultern mache Eine hervorragende Idee Ich glaube es wird spät Dann besser auf meinen Schultern Ich kann es wenigstens tragen Bevor wir uns jetzt alle aufteilen oder verteilen würde ich vorschlagen dass wir uns morgen bei Sonnenaufgang hier treffen frühstücken und dann eben planen wie wir weiter vorgehen Und dann lässt denn die Barschaft im Auge behalten genommen Eine gute Idee Ja Als ihr gerade irgendwie euch noch irgendwie den letzten Schlaftrunk und die letzten Reste eurer Mähtörner noch leert oder leeren wollt Askyr drängt ja darauf irgendwie schon ins Bett gehen zu wollen Betritt die Taverne die sich auch langsam beginnt zu leeren eine Gestalt die etwas auffälliger ist Dadurch dass sie noch einen Kapuze trägt tief ins Gesicht gezogen aber was blitzen und also unter der Kapuze noch rote Haare hervor und die Gestalt wirkt ziemlich abgehetzt wie sie in die Taverne eintritt schaut sich mehrmals links und rechts rum schaut noch mal heraus auf die Straße macht dann so einen großen Blickrunde und dann bleibt ihr Blick anscheinend an euch kleben und sie läuft schnurstracks auf euch zu ja Asgir der hinten in der Ecke sitzt würde auch einen Blick aus dem Fenster raus auf die Straße werfen als die noch mal so nach draußen guckt aber da irgendwas sieht es ist inzwischen sehr dunkel draußen du siehst halt fast nichts mehr draußen also siehst noch die einzelnen beleuchteten Fenster von gegenüber aber ansonsten ist da draußen kaum noch was zu sehen vielleicht noch einzelne Leute mit Laternen die gerade nach Hause gehen oder so aber ich habe die Gestalt aus dem Augenwinkel bemerkt und beobachte sie während sie auf uns zukommt und setze langsam mein Trinkhorn ab ich glaube wir kriegen Besuch glaube ich ja und die Gestalt schlägt die Kapuze zurück als sie an euren Tisch tritt und gebt den Blick frei auf ein jugendlich wirkendes Gesicht eines jungen Mädchens ich euch mal das Bild von der jungen Dame in Skype rüber und zeig auch mal für die Zuschauer eben kurz das ausmachen und das einblenden also ja wie gesagt die roten Haare waren ja schon unter der Kapuze sichtbar gewesen ansonsten ja ein junges Mädchen wirkt sehr nervös und schaut sich auch jetzt wo sie an euren Tisch getreten ist noch mehrmals über die Schulter um und schaut euch dann mit großen Augen ins Gesicht also jeden einzelnen kurz scheint euch zu mustern und irgendwie einzuschätzen was sie von euch halten soll und was nicht und meint dann Travia zum große fremde Travia zum großen ich grüße dich raya mit euch meine schöne ja ihr seid neu hier nicht wahr was hat uns verraten unser schulkenhafter schade vielleicht ja ihr seht aus als wärt ihr ähm nicht von hier schaut jetzt so Richtung Askir und Durak auf jeden Fall weil die noch so am stämmigsten aussehen und als ob ihr ähm wie Söldner oder so wärt nun komm schon raus mit der Sprache mein junges Ding du scheinst ja sehr nervös zu sein seid ihr oder seid ihr nicht ja natürlich sind wir ah seid ihr in Nöten nun ich bin Gilden Magier Söldner würde ich mich jetzt nicht bezeichnen sie hat ja auch nicht dich angesprochen schaut dann so ein bisschen länger Richtung Sandra Magier also schaut dann wieder Richtung Askir und Durak guckt zwischen den beiden hin und her also dann wieder zu Sandra das rüber vielleicht war das doch keine gute Idee also Verzeihung dass ich euch gestört habe setz dich doch erstmal nein 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 es ist es ist es ist okay vergisst dass ich hier war es ist alles okay sie dreht sich um zieht die Kapuze wieder über das Gesicht und läuft Richtung Tür ich stehe auf ich stehe auf und würde ihr gerne ich weiß nicht ob ihr der Beste dafür seid ich will nur mit ihr in Abwesenheit des Magiers reden dann nutzt doch Steiner als sie dadurch nervös mein Liebes wartet kurz auf mich und versucht euer Glück Durak ich bin gespannt mein Liebes bitte wartet sie hat tatsächlich ihren Schritt beschleunigt also die ersten paar Schritte vom Tisch weg waren noch relativ gediegen und dann hat sie ihren Schritt beschleunigt ist im Nu sehr gewandt auch an den letzten Leuten die noch so an den Tischen sitzen irgendwie vorbei wieder Richtung Tür und tritt tatsächlich bevor Durak sie erreichen kann auf die Straße hinaus und schließt die Tür hinter sich Durak kann es natürlich folgen kurze Frage gibt es hier eine Hintertür keine die du bis jetzt gesehen hast also gibt es ein Fenster was sie nicht sieht es gibt das große Fenster durch das du dir auch schon ein paar Mal rausgeguckt hast ja ich spiele zumindest dem Gedanken ihr unauffällig zu folgen ich mache folgendes sollte Durak sie nicht einholen ich öffne die Tür je nach draußen ich nehme mal an es ist eine Stufe vom Podest bis zum Bürgersteig und ich würde mich gerne einfach nur auf diese Stufe setzen und mir die Pfeife anmachen um einen ruhigen Eindruck zu erwirken vielleicht kehrt sie um also sie ist ich glaube nicht dass ich sie einholen kann sie steht auf der Mitte der Straße und schaut sich jetzt ein paar Mal rechts und links um während du dich halt auf diese Stufe drauf setzt und in ihre Richtung schaust sie dreht sich nochmal so zu dir um kannst du unter die Kapuze in ihr Gesicht blicken sie scheint wirklich nervös zu sein und dann passiert das womit Durak gar nicht gerechnet hätte in diesem Augenblick als sie schon wieder ein paar Schritte auf dich zumachen möchte prescht mit hoher Geschwindigkeit um die Häuserecke eine vierspändiger Kutsche mit hoher Geschwindigkeit um die Ecke sodass die Kutsche fast außer Kontrolle gerät und mit Karacho und ohne zu bremsen überrennt diese dieses vierspändige Kutschen Vorwerk das Mädchen und begräbt es unter sich auf der Straße fährt über das Mädchen drüber und verschwindet die Straße runter also nicht kein Deu und eile zu dem Mädchen versuche naja erstmal festzustellen also dass ihr was fehlt ist ja offensichtlich wahrscheinlich kann man ihr noch helfen das ist die Frage ja stürzt natürlich oh mein Gott was ist passiert alles okay Asgier hat das wahrscheinlich durch das Fenster auch mitbekommen natürlich ja Asgier würde sich fragen fährt die Kutsche raus aus der Stadt von der Richtung her so groß ist die Stadt nicht also es gibt in alle Richtungen ungefähr also die Taverne ist sehr mittig in der Stadt das heißt so wird es in alle Richtungen ungefähr zu einem Stadttor kommen weil es an der Hauptstraße gelegen ist dann würde ich nämlich rausgehen und da ist ja schon Nachtstunde du weißt dass die Tore geschlossen sind genau ja deswegen würde ich mich dann auf dem Weg die Kutsche hinterher machen direkt vielleicht kann ich die an einem Tor irgendwie abfangen oder ähnliches Asgier stürzt irgendwie so halb über den Tisch und läuft so schnell wie er kann halt zum Ausgang was machen die anderen beiden Sandra Dasch und Kadir wie viel habe ich davon mitbekommen ja sag du es mir ob du das auch durchs Fenster beobachtet hast oder ob dann kriegst du als erstes mit dass Asgier halt so über den Tisch vielleicht noch das Rattern der Kutsche draußen das Rattern der Kutsche hast du auf jeden Fall gehört das ist wie an der Pferde vielleicht auch ein Schrei geschrien hat sie nicht dafür ging das zu schnell das würde ich jetzt gerne tun ich würde gerne nach Kadir schreien dass er mir bitte hilft das Mädchen nach drinnen zu tragen in eine Koje das ist einfach Kadir komm mir schnell zu Hilfe ich brauch dich dann laufe ich raus ja bin ich dann auch richtig zügig nach draußen ach du liebe Güte hast an euch an euch vorbeigestürzt ist Asgier schon auf dem Weg hinter der Kutsche her natürlich ist das eine vierspendige Kutsche mit vier Pferden so schnell ist selbst der schnellste Söldner nicht zu Fuß aber du versuchst der Kutsche halt hinterher zu laufen während Durak und Kadir von Xandradash gesehen werden wie sie halt das Mädchen halt in die halt wartet nicht bewegen in die Schankstube reinziehen wie gut geht's ihr hast du nachgeguckt Durak naja im Prinzip den ersten Blick aber soll ich jetzt noch eine Karte ziehen oder eher nicht nicht brauchst du für den Fall nicht also wenn du nachgeguckt hast wirst du halt die schweren Verletzungen definitiv gesehen haben ich meine da ist eine vierspendige Kutsche über das Mädchen drüber gefahren und ja Atmung kannst du nicht wahrnehmen mal Xandradash wie gut kennst du dich aus mit Heilmagie ganz gut nur lass mich erst mal schauen ich geh mal zu dem Mädchen hin und guck mal wie gut es ihr geht ob sie überhaupt noch lebt ich 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 eile in die Taverne und frage die wird denn gute Frau haben sie Bettlaken oder irgendetwas was man als Bandage benutzen kann oder solche Geschichten die die sieht sichtlich geschockt aus und weist auch sofort die Gäste an irgendwie Platz zu machen damit ihr da irgendwie gut arbeiten könnt und ja ja ich hole sofort ich hole was sofort und ja wenn Xandradash sich das Ganze dann auch nochmal anschaut kannst nichts mehr tun denkst du okay auch mit Magie nicht nun Golgaris schwingen haben sie wahrscheinlich schon eingeholt okay also du siehst direkt irgendwie der Hals siehst so einen merkwürdigen Winkel und so irgendwie also ja wahrscheinlich das Genick gebrochen es tut mir leid wir können nichts mehr tun das einzige was wir noch tun können einen Geweihten holen der doch ein letztes Gebet spricht währenddessen überlegt mal was ihr dann drinnen macht währenddessen würde ich gerade aus Ask hier kurz weil der hinterher gelaufen ist wie macht Ask hier das ganze denn also wie versucht er diese schnelle kutsche einzuholen oder vielleicht irgendwie dem herz zu werden ja also auf jeden fall die eben noch so ein bisschen abweisende gelassenheit aus der taverne ist vollkommen von ihm abgefallen und er hetzt wirklich durch diese eisige nachtluft hindurch die kutsche verschwindet vermutlich sehr schnell hinter den nächsten biegungen aber er versucht halt so gut dass in der stillen nächtlichen stadt geht dem geräusch der pferde und der räder zu folgen du hast vielleicht dann und wann nochmal du hast nochmals die kutsche irgendwie du hast die noch gesehen von weitem als sie in die letzte ecke gebogen ist hast ein großes zeichen auf dem rücken der kutsche gesehen kreis mit einem stilisierten beutel drauf und ja läuft der kutsche hinterher natürlich ist sie viel schneller als du aber es liegt auch neuer schnee auf dem also es schneit halt und dadurch sind die spuren der kutsche sehr sehr gut sichtbar also du weißt genau um welche die wahrscheinlich gefahren ist okay ja dann folge ich der und hoffe dass die entweder an einem Gebäude oder halt anhalten wird in nächster zeit okay hoffnung die zu fuß anzuholen hat aske nicht aber bleibst aber dabei dass du schnell läufst ne ja ganz schwer außer atem biegst du dann um die erste um die zweite um die dritte und um die vierte ecke immer noch mit deinem stoischen krieger Ausdauer die du in deinen elenden schlachten gegen die Orks die antrainiert hast du bist halt körperlich fit und deswegen du bist schon außer atem aber es ist halt noch alles im rahmen als du um die nächste ecke biegst und halt die kutsche tatsächlich siehst weil dieses eine sackgasse zu sein scheint siehst die kutsche auf der seite liegen weil die anscheinend mit ach und krach auch hier um die ecke gebogen ist die pferde sind irgendwie fast schon von der kutsche eingequetscht nicht richtig aber der ist halt mit vollem karacho in so eine sackgasse reingefahren und die pferde haben halt dann gescheut weil das eine große häuser wand ist und das hat die ganze Sache wenn die kutsche mit ist halt völlig zerbogen zerbeult und vielleicht hat es auch eines der pferde erwischt aber ansonsten sind die ja wie gesagt die kutsche liegt auch auf der auf der seite und kannst dich da um beschauen wenn du möchtest ja also ich bremse schlitternd auf dem eisigen boden ab atme erstmal ein paar mal keuchend durch und würde dann jetzt wo die kutsche offenbar ihren unfall hatte würde ich mich dir doch zügig nähern schon so ein bisschen um gucken ob irgendwie in einem der nachbarhäuser man da geräusche hört türen schlagen im fenster was sich öffnet wahrscheinlich eine gewisse unruhe entsteht asky würde dann zur kutsche hingehen wenn die auf der seite liegt irgendwie auf diese hoch klettern und versuchen eine der oberen türen zu öffnen okay blenden wir wieder ein bisschen aus und gehen wieder zu den anderen kurz und ja du wolltest eben irgendwas irgendwie wolltet ihr noch was machen gerade ich wollte erstmal in die runde fragen ob denn jemand diese frau kennt mit einem traurigen gesichtsausdruck kennt denn jemand dieses mädchen jemand hier wird denn kennen sie sie es eilen so ein paar leute heran und schauen sich das an und die wirtin kommt dann auch tatsächlich mit ja ich kenne sie das ist nela falls die mit den tüchern ankommt denke ich die natürlich zu oh mein gott ist das ist sie es tut mir leid schluchzt und versteckt so irgendwie so richtig enormes schlucken halt unter so einer geste bei boron schickt bitte jemand nach einem geweihten natürlich natürlich durak ist jetzt sehr sauer greift sich deine angst geht nach draußen und fängt an den spuren zu folgen im schnee dieser kutsche was macht kadir ja also dieser also der ganze lebensprühende jubiale art ist auch verschwunden es zeigt sich auch wirklich wut in seinem blick aber auch so eine mischung aus als wäre sowas gewohnt in der art also den anblick von leichen habt ihr hier einen bodungsanger natürlich haben wir hier einen ja gibt es eine schande ist das gibt es geweihte in dieser stadt oder müsstet ihr jemand von außerhalb kommen lassen nein nein wir haben schon geweihte hier wird ja dann also den den Kopf nochmal aufdecken und kurz halt so in die Runde gucken und quasi den Kopf richtig hindrehen auch wenn es dann nochmal ein innerliches Geräusch vermutlich gibt ja dann die Augen schließen zwei Kupfermünzen auf die Augen legen sich dann über sie beugen sie auf die Stirn küssen und ihr was ins Ohr flüstern auf Tullamidia Dein Tod soll gerecht werden dann schwenken wir wieder zu Askir rüber der sich der Kutsche nähert auf die Kutsche drauf geklettert ist und jetzt diese Tür auf macht in der Kutsche selber siehst du tatsächlich niemanden weil sie scheint leer gewesen zu sein vorne auf dem Kutschbock kannst du allerdings etwas erkennen nämlich eine große Schleimspur und ein bisschen grünlicher Schleim der sich dort auf dem Kutschbock festgesetzt hat Ok Aski schaut irritiert zwischen der leeren Kutsche und dieser Schleimspur hin und her schlägt die Tür hinter sich wieder zu geht über die Kutsche rüber und hat nochmal hin zu dem also war das beim Sitz des ich weiß nicht kann Aski sich erinnern an Steuer du hast die Kutsche ja nur von hinten gesehen also wenn dann müsstest du Durak fragen der war ja der hat das ganze als erste Hand gesehen durch das Fenster ist das halt auch immer so ein bisschen und führt diese Spur irgendwo hin oder klebt die da einfach nur dran sie ist dann so einfach so eine Schleimspur auf dem Sitz und wenn du dich jetzt ein bisschen um siehst kannst du halt zwischen zwei von zwei Fässern die da irgendwie in eins davon ist kaputt geschlagen worden wahrscheinlich von einem der Pferde und hinter dem also hinter diesem zerschlagenen Fass und einem anderen Fass das noch heil ist scheint jemand zu liegen also siehst noch so wie so eine Hand irgendwie so irgendwie zwischen den Fässern rausragt ich schau mich noch um ist es inzwischen voller geworden auf der Straße oder bleibt es wohl hier es kommen ein paar Leute gerade irgendwie angelaufen aus den Häusern raus weil dieses gab ja wahrscheinlich ein großes rums gegeben als die Kutsche da kaputt gegangen ist und tatsächlich wenn Durak sich beeilt hat ist er dann auch irgendwann unter denjenigen die sich da irgendwie einfinden sehen schon kommen ich würde den Leuten irgendwie so ein bisschen zurufen passt auf die Pferde auf nicht dass sich eines losreißt und hol jemand eine Wache damit würde ich kurz runterspringen und dort zu den Kisten zu gehen gehen Durak so ein bisschen mit einer Hand zu mir winken während ich dann schaue was dort hinter den Kisten liegen konnte oder wer da ich schaue mir auch erstmal die Szenerie an sichtlich erzürnt sehe ich irgendwas besonderes noch außer wo gehen denn die Schleimspuren hin also die Schleimspur ist nur auf dem Kutschbock also die führt nirgendwo hin die ist einfach nur so ein dicker Schleimfleck auf dem Kutschbock ich sehe auch dieses Zeichen auf dem Heck ein Kreis mit einem Beutel genau und das ist ein Händler wahrscheinlich und Askir schaut ja nach und die Gestalt die dort mit dem Kopf im Schnee liegt ist die Gestalt die ich euch da gerade geschickt habe ein älterer Mann mit vollem Bart und einem jetzt verrutschten Augenklappe und wie ist die Kleidung vom Stand her die Kleidung ist ja schon gehobener also jetzt auch nicht super teuer aber der hat wohl Geld gehabt das kann man schon sehen ich schiebe so die Kisten so ein bisschen beiseite kommt du kommst rüber ja ich komm rüber gestapft greif mit dem kragen schüttel ihn erstmal und frag was zum teufel schütt nicht mit dir also die Gestalt nimmt es hoch wenn Durak den so am Schlabittchen packen muss greifst du erstmal in einen also der ist überzogen von einer hauchdünnen aber für dich dann doch merklichen Schleim Spur also der ganze Körper ist überzogen von so einem grünlichen schleimigen etwas wenn du das da reinpackst und dir schüttelst trieft das auch ein bisschen alles in so alle Richtungen okay sobald ich das bemerkt habe lasse ich ihn los und sage was ist denn das aber der regt sich auch nicht mehr der ist voll schreimig voll schreim überzogen er auch das war komplett gut das war also der Kutschfahrer aber da schauen wir uns nachher genauer an durag was ist mit dem mädchen tot das scheint auf der stelle tot gewesen wie sollten die wachen war was war ihr name nochmal nela oder nela nela hat die wirtin gesagt zumindest wenn sie es weiß kurz nachdem kurz bevor sie in Tränen ausbrach schleim komisch wir sollten den magier fragen wenn was er meißen doch war ja wir können den typen ja gerne mitnehmen aber anpacken tue ich den nicht nochmal hast du ein seil dabei ich weiß nicht ob wir auf die wachen warten sollten oder die vor für uns weg schlappen das ist eine gute frage ja es kommt tatsächlich relativ schnell noch eine stadtwache an und was ist denn hier los dieser kutsche hat gerade eben mit seinen vierspänner hier ein mädchen vor der taverne überfahren anschließend ein paar kreuzungen weiter hat er sich selbst in den tod geritten dieser vollidiot er schaut so über dein über askiers schulter so zu der leiche rüber oh irion wie war das irion ist das und wer ist wer ist das genau also bis auf den namen ist das der händler ist irion hullheimer ist ein bekannter händler aus der stadt hier seine kutsche schon öfters gesehen ist der bekannt für solche raserei nein eigentlich ist er ein sehr besonderer kutschfahrer ist bekannt dafür dass er seine sachen immer selbst fährt ist naja ich würde gern er hat jemand überfahren sagt ihr ja er hat nela überfahren nela nela sagt mir nichts an der taverne zu unter junges rotarisch mädchen ich würde ich würde gern die die ladung des wagens überbrücken ja es ist eine kutsche ja also es hat keine ladung sondern es ist halt so eine personen kutsche die halt innen leer ist ne aber die hat ja hinten in der regel auch einen koffer drauf ne keine koffer gar nichts ok merkwürdig warum ist der so gerast wenn der nichts transportiert außer sich selbst xandra da stellt sich auf der flucht auf dem weg hinter den beiden her machen ok kadir auch oder bleibt er bei dem bei dem mädchen da wird ziemlich schnell dann auch eine ein paar reine geweihter kommen ok und sich um den leichnam kümmern also zusammen mit stadtwache natürlich auch auf den geweihten warten und dann xandra das folgen ja dann haben durak und ask hier schon eine ganze weile mit der stadtwache geredet als die als die beiden dann noch ankommen einige andere stadtbüttel sind noch damit beschäftigt die leute halt wegzuteilten aus der gasse es gibt schaulustige genau es nicht zu sehen und deswegen xandra das und kardir auch gehen sie weiter hier gibt es nicht zu sehen ich kann helfen ich bin magier ja es ist gut dass du da bist xandra das ihr kennt den er sollte sich den hier mal anschauen den schwarzen auch der gehört auch zu uns ja ich schenke ihm ein freundliches lächeln der stadtwache was ist passiert er geschicht naja offenbar ist der ebenfalls tödlich verunglückt aber jedenfalls seine leiche ist mit schleim überzogen und auf dem kutscher sitz ist ebenfalls schleim das stimmt doch irgendwas nicht du könntest dir das vielleicht mal anschauen ich könnte das tun das werde ich in der Tat tun ich schaue mir das erstmal so an gucke mir den schleim an gucke mir den Typen an wenn ich wahrscheinlich da nicht viel normal merken würde würde Akane Sprüche vor mich hin zu brabbeln der Blick von Xandradash wird ziemlich glasig aber andererseits auch irgendwie wenn er in eure Richtung guckt als würde er direkt in eure Seele blicken und werde mir mal auf Oculus Astralis mal in der Astralebene anschauen was da so los ist ja als dann die Wirklichkeit um dich rum verschwimmt du siehst noch die Häuser und die Leute irgendwie aber es ist so als wäre alle Farbe aus den Leuten gewichen alles ist so grau und eintönig und ist so ein bisschen dumpf als würdest du die Geräusche die du hörst kommen nur noch so als würdest du die von unter Wasser irgendwo her hören und das das Einzige was hier ein bisschen Farbtupfer in diese graue Szenerie hineinbringt ist tatsächlich dieser Schleim den du da sehen kannst das heißt der ist auf jeden Fall magischen Ursprungs vielleicht nicht direkt magisch weil dafür ist der zu schwach und zu blass aber vielleicht ein Rückstand von etwas was durch Magie hervorgerufen wurde und ja wie gut kennt sich Skandaraj denn in Analyse und so weiter aus ja natürlich sehr gut weil es ist ja sein Spezialgebiet das heißt der wird jetzt auch direkt anfangen mit der magischen Analyse des Schleims das heißt der ist völlig geistesabwesend also es wirkt auf jeden Fall so wird er sich da auf diesem Schleim konzentrieren und fängt dann an eben ein Analyse Arkan Struktur zu wirken und die magische Struktur zu analysieren dann poppen halt aus diesem tristen Dingen halt diese Arkan Fäden irgendwie auf die Arkan Strukturen um dich herum werden sichtbar die Lebensenergie deiner Gefährten wird sichtbar allerdings sind ja alle nicht das was dich interessiert du schaust aus diesen Schleim der an sich kein magisches Muster bildet also nicht der Überbleibsel einer eines Spruches oder sowas ist du siehst allerdings Überreste von sphärischen Einwirkungen also irgendetwas aus einer anderen Sphäre hat diesen Schleim hinterlassen und wenn du da genauer hin das alles ein bisschen drehst und wendest und vielleicht ich stelle mir das immer so ein bisschen wie bei Matrix irgendwie vor irgendwie so rein so raus zoomen kannst du auch genau bestimmen dich da jetzt irgendwie eine halbe Stunde oder so mit befasst irgendwie da was wegnimmst hier was hinzufügst eins und eins zusammenzählst und was vor sich hin brabbelst verschiedene Analyse Strukturen deinem Zauberspruch hinzuwebst was ein bisschen eigenartig auf die umliegenden Leute vielleicht wirkt kannst du tatsächlich darauf schließen dass es sich um einen Geist handeln muss der hier gewirkt hat oh ok darf ich kurz während das vonstatten geht hat Durak eine Idee schaut die Spuren im Schnee an kann man die sehr gut erkennen ja also vom Wagen ok ich sage zu Aski und Kadir post mal auf was haltet ihr davon wenn ich mit den Spuren zu ihrem Ursprung folgen wo der Wagen hergekommen ist und einer von euch passt hier auf keine schlechte Idee ich bin gerade was anderes am überlegen und auch Aski hat sich nicht die Spuren angeguckt sondern blickt vielmehr in den umliegenden Häusern und an der Mauer gegen die er gegen gepreit ist um und lässt so ein bisschen nachdenklich den Blick schweifen er fuhr seine Kutschen immer selbst das heißt er sollte sich auskennen in dieser Stadt richtig warum rammt er dann hier mitten in eine Sackgasse hinein ich meine selbst wenn er auf der Flucht wäre wo wollte er hinfahren als er hier eingebogen ist ich würde mir auch noch mal die Stelle vor der praktisch wo er gerade eingebogen in die Gasse eingebogen ist mir so ein bisschen angucken wo ich nachvollziehen kann warum er hier reingerast ist irgendwas ausgewichen oder irgendwie warum finde es keine logische Erklärung dafür warum er hier in diese Gasse reingefahren ist er hätte im Gegenteil geradeaus weiterfahren können das ist eine breite große Straße Asgir ich glaube in deinem Gedanke liegt sehr viel Weisheit also ich ich gehe mal ein bisschen mit ihr könnt mal kurz miteinander diskutieren ich muss mal ganz kurz austreten und ich höre euch aber und kann euch dann gleich was dazu sagen also könnt ruhig weiterreden ich mache mich auf den Weg mach das nimm Licht mit das ist schon das ist stockduster ich habe meine Laterne dabei ich werde sie entzünden das tue ich auch also der weil mache mich auf den Weg wenn ihr mich sucht müsst ihr nur den Spuren folgen aber unternehmen nichts ohne uns das kann ich leider nicht versprechen mein Freund viel Glück und der ist hier einfach gerade raus gerast es gibt keinen Grund hier anzubiegen außer war entweder nicht unbedingt er selbst zumindest im vollen Umfang seiner geistigen Kräfte sonst hätte er gewusst dass das eine unsinnige Fahrt ist oder er hatte gehofft hier irgendwo hinzukommen wenn er hier einbiegt vielleicht haben die Pferde nicht reagiert oder der Karren auf die Meist gestittert schmiert sich Creme auf das Gesicht nicht auf die Kleidung also Frau Kadir hört man seine Tasche greifen eine Münze rausholen mit der ein bisschen rumspielen also über die Finger gleiten lassen hin und zurück hin und zurück dann auch so ein paar Meter auch so vor und zurück hin sich dann auch mal direkt um gucken listenreicher was ist das für eine Mauer wo er gegen gefahren ist ist das eine Stadtmauer eine Hausmauer das ist quasi die Rückwand von einem Haus listenreicher Herr der Nacht erröhre meine Worte und mein Flehen zeige mir Dinge die ich nicht wahrnehmen kann und bringe mich auf den rechten Pfad Asge schaut dich verwirrt an also ich muss das vor mich hin wenn ich mit der Münze spiele und ich möchte gern göttlichen Fingerzeig wirken also ich bringe in der Zeit die Pferde mal weg und ich würde mir so ein paar Wachen heranwinken dass die mir helfen dort die Pferde aus zu versäumen und vorsichtig das werden die auf jeden Fall machen können ok ja Kadir was macht dieses Ding eigentlich mit dir also was das ist halt so also Okadir läuft auch so die kutscht spur wirklich sehr langsam und gemächlich ab schaut sich den Boden an die Wände schaut auch mal auf die Häuser oder direkt in den Himmel während er die ganze Zeit mit der Münze rumspielt und den Weg dann irgendwann blind läuft während er mit der Münze spielt und immer vor sich hin murmelt auf Thulamidia das sind dann alles Gebete an Facts und das Spiel mit der Münze wird immer schneller und immer schneller mit den Fingern bis er die dann wenn er die letzten Worte spricht hoch schnippt und dann auf der Handfläche fängt und guckt ob sie in eine bestimmte Richtung fällt oder sonst irgendeine irgendwas ungewöhnliches vollzieht das ist immer so bei Zeichen sehr schwierig die Münze bleibt halt liegen und ist auf das Haus gerichtet gegen das die Kutsche quasi gegengeprallt ist und du schaust in die Richtung und siehst oben auf dem Giebel tatsächlich ein paar Raben sitzen wie sie da irgendwie sich aufplustern und mit den Flügeln schlagen und dann fortfliegen Fendi ich glaube wir sollten uns die Häuser mal etwas näher ansehen also du hattest jetzt nicht den Eindruck dass die Raben jetzt irgendwie was mit dem Haus zu tun haben es hat eher was dass da überhaupt diese Vögel sitzen weil eigentlich haben die jetzt da gerade nichts zu suchen das darf ja nicht so auffällig sein irgendwas stört mich hier in der Ecke ich auch wir haben eine kaputte Kutsche an der Wand liegen ja was könnte einen erfahrenden Kutsche dazu bringen durchzudrehen indem er sich vielleicht für etwas erschreckt ein Haufen Schleim über den ganzen Körper wäre ein Argument ja mit der Frage wo er herkommt das ist die Frage Sandra Dasch wird uns bestimmt nachher mehr dazu sagen können also schaut jetzt da auf den Dach Fürst die ganze Zeit wenn er mit dir redet und streicht sich über den Bart Irgendwann gucke ich auch hoch wenn mir das zu lange dauert Du siehst da nichts Diese Raben sind ja weggeflogen Ja ich gucke wieder Meine Großmutter hat einmal gesagt man soll seinen Instinkten vertrauen und wenn sich die Nackenhaare aufstellen ist dort auch etwas auch wenn man es nicht sehen kann Ist vielleicht gerade jetzt der Augenblick wo ihr da gerade so nach oben guckt beide Askir irgendwie versucht zu erkennen Askir guckt immer so nach oben verwirrt guckt irritiert den Südländer vor sich an in dem Augenblick hinter euch so Xandradash so aus seiner Trance irgendwie herausgebrochen kommt so Intimativ einatmet wieder und merkt wie diese die magische Energie irgendwie ihn ausgelaugt hat und irgendwie gerade jetzt irgendwie aus der diesen Geistesblitz gerade mit dem Geist hatte genau ja völlig verschwitzt und außer Atem so sphärischer Einfluss ähm wer ist hier zuständig gibt es hier irgendwen der kann hier sonst irgendjemand zaubern haben wir Magier hier außerdem der tote Magier der verstorben ist also wenn du Stadtwachen fragst die noch da rumstehen wenn die dir sagen dass das der einzige Magier in der Stadt war was meinst du mit Sphären hier sind Geister am Berg Geister wahrscheinlich war der Kutscher besessen oder sowas ja genau also könnt ihr greift mal ähm unter seine Kleidung sieht so ganzen bunt mit Amuletten verschiedenster Schutzzeichen ihr seid vorbereitet in der Tat ja aber besessen erscheint mir sogar irgendwo sind wir was meint ihr mit besessen wie sehr besessen so sehr besessen wie man es aus den Geschichten kennt das heißt eine Person ist nicht mehr dieselbe und es ist ein Geist oder Kobold oder was auch immer in der Person drin wer könnte so etwas für oder Sachen Magier Zauberer Hexen ja oder der Geist war schon immer da aber normalerweise sind Geister nicht stark genug um sich von sich aus von Menschen Begriff Besitz zu ergreifen soweit kann Sandra das erklären vielleicht auch wir hätten Durak nicht alleine gehen lassen sollen wohin oh ihr wart ja beschäftigt er sucht nach dem Ursprung nach dem Ausgangsort dieser Fahrt wenn Durak dem Spuren folgt kommt er irgendwann vor das Handelskontor von von dem Händler also das Handelskontor Hullheimer stur und impulsiv also bin ich jetzt dort ja ja wenn du bis zum Ende gefolgt bist auf jeden Fall ja bin ich also sei denn ich hatte irgendwas unterwegs abgedeckt na gut dann bin ich bis dahin gegangen ja dann schaue ich mich jetzt erst mal um was sehe ich denn für Spuren im Schnee halt die Kutschenspuren wie die halt aus dem aus dem Schuppen herausführen und an die Straße lang ja ok dann ist der Schuppen offen der Schuppen ist offen ja ok ich gehe rein mit meiner Axt in der einen Hand und mit der Laterne in der anderen und schaue mich erst mal um Schuppen ist halt Großräum also es sind noch ein paar Fuhrwerke da die halt nicht bespannt sind irgendwie so ein so eher was wo man Waren mit transportieren kann eher so ein Wagen und ein Verschlag ist leer wo wahrscheinlich ein Kutsch die Kutsche drin gestanden hat und dann gibt es halt die leeren Boxen für die Pferde vier Stück und halt jede Menge Zeug halt so Lagerstätten für das Futter und da der Kutscher ja nicht aus der Luft erschienen sein wird wird es ja bestimmt einen Nebeneingang geben den ich gucken kann ob Fußspuren sind die in den Schuppen führen sozusagen ja der wird wahrscheinlich aus dem Kontor selber rausgekommen sein da gibt es keine Spuren halt weil es halt überdacht ist aber ja dann würde ich gern das Kontor betreten und schön vorsichtig und langsam mich umschauen ja also wie gesagt dann kannst du die Tür ist verschlossen halt zum Kontor selber ok dann da ich ja praktischerweise meine Axt dabei habe schlägst das Schloss kaputt schlägst das Schloss kaputt und bist dann innerhalb der des Wohnbereiches sag ich mal von dem Handelskontor kannst du alles was suchst du denn genau also werden keine Personen da sein weil wenn der mit Schleim überzogen ist ist mir natürlich auch klar dass was mit dem nicht stimmt was du was du sehen wirst ist natürlich nicht dass es geister sind war ja nicht da aber nach irgendwas abnormal suche ich schon was du sehen wirst ist dass der eine Art Küche hatte wo du dann irgendwann drinstehst wo am großes Fenster ist womit man auf die Straße rausschauen kann und siehst auch dass das Feuer runtergebrannt ist unter 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 kessel und so runtergebrannt ist unkontrolliert ein bisschen das heißt der kessel der drauf ist die resten von dem eintopf der da drin sind angebrannt und auf dem tisch stehen halt noch eine schüssel mit und ein löffel die schüssel ist ein bisschen umgekippt und auch der stuhl ist so halb umgekippt als ob jemand ziemlich schnell aufgestanden wäre und einfach alles statt stehen und liegen lassen okay ich würde gerne kurz an der Suppe duften ich würde einfach nur wissen wollen nach wonach es riecht ob es normales essen riecht oder hat es irgendwie einen merkwürdig duft aus der Schale riecht nach einem normalen Gemüse eintopf okay ich kleinen finger rein und kostet dran ist kalt aber lecker cool scheiße naja na gut okay ich würde dann hat der ein arbeitszimmer oder so was ja da gibt es doch bestimmt so was wie inventarbücher oder so die würde ich gerne durchgucken ja also wir können das abkürzen du wirst da nichts ungewöhnliches finden der hat mit mit allerlei holzwaren gehandelt also vor allen dingen halt so so schränke stühle tische und so was hat er für einen ort ansässigen tischler halt verkauft und die in andere städte verschifft und so und auch becher und teller und so was aus holz einfach verkauft also holzwaren händler mehr oder weniger okay aber ungewöhnlich ist da jetzt irgendwie nichts irgendwie was irgendwie auf irgendwas komisches hinweist das können wir das durchgucken wird ja ein kleines weilchen dauern genau die rollen wieder zueinander askir hat ja die die pferde zur stadtwache gebracht und kadir und sandra das haben ja nochmal über den geist irgendwie philosophiert oder habt ihr den askir vielleicht begleitet wenn es zur stadtwache geht begleite ich ihn ja wisst ihr ich habe das gefühl wir sind da in etwas hineingeschlittert was größer ist als es jetzt zu sein scheint und ich glaube wir werden beobachtet ich habe das Gefühl dass ihr schon eine ganze Weile irgendetwas vermutet wovon wir nicht wissen aber ich habe sehr gute Instinkte ansonsten überlebt man den Falsan nicht lange zumindest wir sollten uns kurz mal am Rande hier etwas unterhalten und ich würde gucken ob wir irgendwo so ein bisschen aus Höheweite der Wachen und Umstehenden zur Seite treten können Xand Radash erinnert ihr euch was die Wirtfrau über den Magier erzählt hat er soll schwarze Magie betrieben haben was auch immer das bei euch heißen mag ich weiß nicht in welchem Bereich Geister fallen aber wir werden sein Haus noch besuchen müssen und im Moment scheint das Ganze hier auf jeden Fall in irgendeiner Weise einen magischen Ursprung zu haben wenn ich euch recht verstanden habe wir werden möglicherweise dort klüger wir müssen aber auch entsprechend Acht geben inwieweit wir uns selbst in diese Dinge hinein verwickeln wir sollten auf jeden Fall zusammenbleiben ansonsten werde ich der Stadtwache anbieten die Ermittlungen die magischen Ermittlungen wenigstens hier zu übernehmen weil ohne Magier kommt man nicht wirklich sehr weit wenn es um Magie geht oder wenn es um magische Versprechen geht Ihr seht halt auch dass man die Leiche von Nella halt auch da aufgebahrt hat bei der Stadtwache und dass die perreine Geweite dann noch mit Ölungen letzten Ölungen befasst gerade ist und auch noch untersucht woran die jetzt wirklich gestorben ist ob das stimmen kann was ihr erzählt habt wir sollten aber trotzdem vorsichtig sein wir sollten uns nicht zusehen die Angelegenheiten der Stadtwache einmischen weil sie das nicht mag Magi war ja auch nicht gerade beliebt das hat ja nichts mehr mit den die bälle zu tun zumindest sehe ich noch keinen Zusammenhang wir haben einen Händler der gegen eine Wand gefahren ist aber nein es gibt noch keinen direkten Zusammenhang übrigens gerade als Xandra das von Sphäologie berichtet hat konnte ja das Gefühl haben dass Kadir zumindest kein Fragezeichen im Gesicht hatte also kein Totales tatsächlich kann es doch einen Zusammenhang geben wenn berichtet wird dass Gegenstände bewacht werden und niemand rein oder raus kommt und sie verschwinden Magie Sphäologie Kobolde grüner Schleim naja ihr wisst ja wir wissen es nicht es wäre bestimmt möglich sich die Dienste entsprechender Wesenheiten nutzbar zu machen das ist richtig ihr da ich haue Kadir etwas misstroich an hinter euch hat sich die reine Gewalt jetzt aufgebaut ihr da ja wart ihr das die den Unfall beobachtet haben ich war es so einigermaßen ich kam wenige Augenblicke später hinzu schlimme Sache muss das gewesen sein ich bin hier schwer beschäftigt und die Stadtwache eigentlich auch könnt ihr vielleicht das übernehmen der Familie von der guten Mela Bescheid zu sagen Schau desinteressiert die anderen an ja als letzte Ehrerbietung für die Verstorbene so schmerzhaft so schmerzhaft die Wahrheit doch sein kann es ist immer besser als Ungewissheit sie war ein paar mal bei mir im Tempel und ich kannte sie eigentlich naja nicht gut aber ich weiß dass sie es schwer hatte sie schien gern Hetz zu sein davon kann ich nichts sagen ist eigentlich ein nettes ruhiges Mädchen wieso hatte sie es schwer naja ihre Familie hat nicht viel Geld und ihr Vater ist nachdem ja also hat sie alleine hoch groß gezogen und als sie die letzten Rechnungen nicht bezahlen konnten ist er in die Armee eingetreten und hat den Stadt verlassen deswegen und hat sein Haus verkauft zumindest für das wenige Geld was er dafür bekommen hat und hat seine Tochter bei den Rübenzweigs einquartiert hat gehofft dass sie vielleicht mit dem Sohn der Rübenzweigs verheiratet werden kann aber die Rübenzweigs weigern sich obwohl Eslam und Nela sich gut verstehen wenn ihr wisst was ich meine also verstanden haben ein Drama okay aber sie ist halt keine gute Partie keine Mitgift und sonstiges geresen erbrummt wird da irgendwas auf Tulabilia vor sich hin was nicht sehr freundlich klang wie ist der Sohn der Familie Rübenzweigs Eslam sollten wir das auf jeden Fall noch sagen Und wer hat denn hier das Sagen bei der Stadtwache Das müsste der Hauptmann sein Ist der gerade da? Sieht irgendjemand von dem so aus wie ein Hauptmann? Ich glaube er hat jetzt keine Schicht aber Rondradan heißt er Rondradan Bauer Okay Ich danke euch Da ist er hochgekommen Das sollten wir dann morgen machen Er ist kein sonderlich angenehmer Geselle also Es wundert mich nicht dass man ihn nicht hat wecken lassen diese Sache Sollten wir zu den Eltern noch heute gehen Es ist nicht schon sehr spät Es ist schon sehr spät Ich denke sie werden schlafen Ich glaube für sowas ist es nie zu spät Außerdem wer weiß wer sonst zu ihnen läuft und ihnen irgendwas erzählt Oder zu früh Es haben genug Leute mitbekommen was passiert ist Alle in der Taverne Und die meisten davon waren angetrunken Vielleicht sollte irgendjemand das etwas feinfühliger angehen Dann versuchen wir unser Bestes Wenn ihr die Rübenzweigs sucht sie wohnen im Elendsviertel also so nennen wir es Na gut Okay Wenn so oder was kenne ich mich aus Dann überlasse ich das gerne euch Sie weist durch den Weg und ihr lauft halt quer durch die Stadt Vielleicht findet sammelt ihr auf dem auf dem Weg vielleicht Durak ein der sich da lange in diesem Handelskontor aufgehalten hat und dann auf dem Weg wieder zurück zur Taverne eigentlich war und vielleicht trifft er ihn auf dem Weg Und das auch zeitmäßig ein bisschen abzukürzen Ja Die Das Viertel ist halt wirklich Elendsviertel das nennt man nicht nur so sondern es riecht hier auch unangenehm einfach weil man hier kein richtiges Abwassersystem irgendwie hat sondern einfach ein Unrat auf die Straße kippt wie man das halt früher so gemacht hat Die Häuser sind alle aus Holz und halbwegs Windschief Also hier wohnen jetzt wirklich nur die die ja die sondern nicht viel nicht besitzen Und als ihr an die das Haus gelangt was was man euch beschrieben hat hört ihr trotz der vorangeschrittenen Stunde noch Geräusche aus dem Innen man sieht auch das Fenster ist noch beleuchtet wenn auch also die 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 laden geschlossen sind man sieht halt zwischen den Ritzen halt noch das Licht brennt drin Die Geräusche lassen darauf schließen dass mehrere Leute noch da da drin sind es scheint irgendwie ja nicht heiß herzugehen aber man unterhält sich lautstark würde ich sagen klopfen wir an ich warte mal wo sind wir jetzt nochmal genau wieder an dem an dem Blutzhaus sie haben dich unterwegs eingesammelt und sind auf dem Weg zu der Familie von den Rübenzweigs wo Nela untergebracht war was ist das nochmal für ein Haus ist das jetzt so ein alleinstehendes Haus oder ein alleinstehendes Haus aus Holz halbwegs zusammengeschustert aus Brettern und okay ich setze mich in der Gegend auf irgendwas worauf man sitzen kann zünde mir eine Pfeife an und das ist beim letzten Mal schiefgegangen na gut vielleicht mache ich das ja einfach nur um noch mehr Spuren zu halten ne ich halte mich einfach nur im Hintergrund und bin ruhig okay ja als wenn ihr klopft öffnet euch eine ähm ähm ja eine ältere dame und man riecht direkt so ne es kommt euch so ne Wolke von Tabak Geruch entgegen und sie selber wenn sie euch anspricht ist ein bisschen lallend und auch der Alkohol riecht dir aus dem Mund guten Abend kann ich euch tun so spät wollt ihr mitmachen wobei mitmachen ein Satz ist ein Silber man sieht so sofort wie die Finger zogen bei Garnier meine lieben Freunde sagt noch nichts wir suchen Familie Rübenzweig seid ihr richtig seid ihr das alle nein das sind meine Gäste ja ich glaube ihr sollt einen Silber bezahlt gut ich trete ein dann siehst dann so einen großen Tisch wo mehrere Leute dran sitzen und anscheinend Karten spielen okay guten Abend diese Veranstaltung ist nun vorbei geht bitte nach Hause was was soll das denn nein ist nicht vorbei der hat dem was zu sagen der zwerg der zwerg ist gilden magier der akademie von torwahl und ist im offiziellen so weit komm es doch uns hier bestimmt was wir machen sollen in meinem haus gibt es keine torwahl raus okay ich nehme mal an die sitzen rundherum um meinen holztisch ja ich stapfe rein und zertrimmere diesen mit meinen hammer und unter streiche betont der zwerg hat gesagt es ist vorbei die leute stehen auf ich glaube wir sollten jetzt wirklich gehen und sammeln halt vom boden das Geld ein sollst du bekommen eine karte er kriegen möchte er kriegt die karte ich soll die karte ziehen ich habe jetzt verstanden dass er eine ziehen wollte achso dann mache ich das gleich zufällige seite richtig sehr schön ich glaube das ist was gut ich kann ihn noch nicht lesen die ist etwas verwaschen bei mir diese karte ist in jedem Falle negativ und sollte als kritischer fehlschleif behandelt werden der namenlose ja das weiß ich ja nicht was du machen wolltest ja ich bin jetzt auch gespannt also ich betrete hinter euch den rauben was machen wir in dem Fall höre es krachen ziehe mein schwert als ich noch halb in der Tür stehe Stürme reinrufe was ist hier los ja die blicken mit gezogener waffe sehr bösartig die betrunkenen leute um mich herum an ja die 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 leute versuchen halt irgendwie dann weil sie sich bedroht fühlen schreiend und vor angst erstarrt irgendwie durch die hintertür zu fliehen und ja die die dame hat alle mühe nein 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 mein tisch nein das ist mein geld das hatte ich ihr elenden zwerge aus torwahl ihr habt mir ein ganzes geschäft kaputt gemacht ich hatte gerade eine glückssträhne wer bezahlt mir den tisch sieht das tatsächlich nach einer glückssträhne aus das war ja nun jetzt bevor du es zertrümmert hast du hast nicht genug gesehen aber xandratasch wird jetzt in richtung askir und durak schauen mit einem sehr scharfen blick ihr steckt jetzt sofort eure waffen weg sofort was ich kann sie nicht wirklich wegstecken aber ich ich senke sie sie steckt hier noch am tisch das war ziemlich überflüssig ich bin sehr angefressen heute abend und mir warum waren wir einfach nochmal hier entschuldigt bitte diese störung aber wir müssen mit euch alleine reden mit euch und eurem mann mein Mann ist schon im Bett dann weckt ihn bitte und den Teufel werde ich tun ich glaube nicht dass das denen was ausmacht dass die Elena die dass die Lila tot ist na was 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 ist geht raus raus mit euch wartet draußen ja ist auch ziemlich schön für den Fehlschlag ja sehr gut gemacht ja ich ziehe die Axt aus dem Tisch greife mir Aski und verlasse mit ihm zusammen der war 5 Dukaten wert der Tisch wo werden wir hin Dora gut dass ich jetzt schon weg bin werte Dame könnt ihr bitte euren Gemahl wecken wir haben eine Nachricht zu überbringen Boromiel aufwachen was denn haben wir gewonnen nein haben wir nicht die haben alle unser Geld mitgenommen die Schweine nur wegen den Thorvaler Zwergen das ist Thorvaler Zwerge was oh oh der hat unseren Tisch kaputt den den teuren Tisch den 5 Dukaten Tisch was welchen achso der ja er ist wach und jetzt natürlich das Erdstück meiner Großmutter ähm setzt euch doch bitte wir haben euch eine Nachricht zu überbringen setzt sich auf das Bett auf die Bettkante und zwar haben wir eine Beileidsbekundung ähm Nela ist heute Abend leider verstorben ne Nela das Mädchen das Beuch ah verstorben aha wie das denn ein Unfall oh wie tragisch ich glaube ich muss gleich eine Karte ziehen ganz gerne eine Karte haben tu dir keinen Zwang an Karte oder Gesicht weil also Alexandra das merkt wobei dieser Kaltschnäuzigkeit wie quasi so auf sich dem schwarzen Gesicht so rote Flecken anfangen zu bilden ja zieh eine Karte ja perfekt schicksal warte ist das jetzt gut oder schlecht für dich geht es euch eigentlich noch gut bei Travias Arsch also ich hab Kopfschmerzen meint der Mann ihr habt für dieses Mädchen Sorge getragen und ihr solltet es liebevoll aufnehmen und hüten und behüten wie euren eigenen Augapfel und was macht ihr ihr sauft ihr spielt und es scheint euch noch nicht mal zu kümmern dass dieses arme unschuldige Ding tot ist ja und mehr Geld für uns müssen wir sie nicht mehr durchfüttern was nehmt ihr euch eigentlich heraus zu urteilen hier es war eine ehrenhafte Sache dass wir sie aufgenommen haben es hätte sie auf der Straße leben müssen und dass ihr unserem Sohn schöne Augen gemacht habt das wüsste uns direkt aufgefallen ich höre das so halb draußen oder ja ich würde gerne einfach mal nach drinnen rufen wann habt ihr sie denn das letzte Mal gesehen das weiß ich und morgen wisst ihr eigentlich was das für ein großes Geschenk war Geschenk jemandem der der eine auf der Tasche liegt was ist das für ein Geschenk das ist eine eine ehrwürdige Aufgabe die wir da übernahmen haben ein extra Maul stopfen in unserem Zustand und der Zwerg da da draußen ist der kommt hier rein und macht unsere ganzen Einkünfte kaputt das ist ganz gut dass wir kein Maul mehr extra stopfen müssen jetzt wo wir kein Geld mehr haben offensichtlich seid ihr der Aufgabe nicht gut nachgekommen ihr habt immer zu essen gekriegt hier na gut ich würde sagen wir haben unsere Aufgabe erledigt bevor hier noch weitere Unfälle passieren gib mir noch einen kleinen Moment ich komme sofort nimm dir noch einen kleinen Moment sag mal kann ich draußen irgendwie vielleicht Fässer umstoßen klar nur um das noch ein bisschen schlimmer zu machen weil die mir echt auf den Sack gehen und ich eigentlich ein bisschen Frust abbauen muss also wenn dann die wenn dann wirklich alle raus sind wird Katja ein bisschen die Tür so halb schließen seine Glücksmünze rausholen und dann mit der linken unter seinen Hemd wieder greifen und ein anderes Amulett rausholen und mit dem rumspielen wo das wo sich das Licht silbern drin spiegelt mhm ihr seid eine Schande nicht nur dass ihr das Geschenk des Lebens gar nicht zu schätzen wisst das hier der Fünf-Dukaten-Tisch für Fünf-Dukaten hättet ihr das arme Kind mehrere Jahre ernähren können ja und der Zweck hat es kaputt gemacht und wisst ihr was verdient ihr habt nichts daraus gelernt ihr habt eure Lektionen nicht gelernt vom heutigen Tage an bis ihr eure Schuld einseht und zu besseren Menschen werdet sei euch das Glück nicht länger hold ich nehme ähm eine andere Münze eine angelaufene Münze spuckt da drauf und schnippt die genau in die Mitte des Tisches ja im Namen des Listenreichen ihr werdet jetzt kein Glück mehr haben euch wird kein Gewinn mehr zuteil werden bis ihr Demut gelernt habt vor dem was die Götter euch geben und dann mache ich die Tür zu draußen äh kommt Askia Xandradash und Durak eine weitere Gestalt entgegen und zwar ein äh junger Mann der irgendwie äh abgrund der drei Männer die vor seinem Haus herumlungern etwas äh merkwürdig da rein schaut nämlich äh diese Gestalt mal kurz für die Zuschauer auch einblenden was ist denn hier los ich glaube das ist er unser Mann ich weiße den anderen vorzutreten bist du Eslam ja was ist was ist los wie stehst du zu Nela hast wie einer nach dem anderen Es ist nichts Gutes mein Freund weswegen wir hier sind wir durften gerade oder mussten einem schrecklichen Unfall Zeuge werden Was ist denn für ein Unfall gibt es meine Eltern gut Nun wie man es nimmt aber es ist eher deine Freundin um die sich dreht Nela Ja Was ist passiert Sie wurde auf einem Platz von einer vierspännischen Kutsche erfasst und ist leider auf der Stelle gestorben vor meinen Augen Ihr redet Unsinn Nein Leider nicht Nein 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 bei Bochon geht in die Knie im Schnee Nein Ich Ich gehe zu ihm hin der ja jetzt auf Augenhöhe mit mir ist und umarme ihn erst mal Oh Gott Es tut mir leid um deinen Verlust Eine Kutsche Welche Kutsche Die eines Händlers Wer macht denn sowas Der Händler war Irio Hullheimer Er selbst ist später auch tödlich verunglückt Was Wir haben Grund zu der Annahme dass er allerdings nicht schuld an der Geschichte war Verzeiht aber Ich kann keinen klaren Gedanken fassen Redet Wirr Alles Wichtige Fragen Wenn du wenn du möchtest mein Freund bringen wir dich zu dem Ort an dem sie jetzt aufgebaut ist Ja mach das Bitte Ich glaube deine Eltern werden in der nächsten Zeit etwas mehr Bescheidenheit lernen Es kann sein dass sie dich um einen neuen Tisch bitten Bitte erfüllen diesen Wunsch nicht Ach wie Bescheidenheit und meine Eltern Habt ihr sich nochmal kennengelernt Ja Er lächelt Und das ist jetzt wirklich kein freundliches Lächeln Ja Ihr dreht euch schon zum Gehen als die Tür hinter Kadir nochmal aufgeschlagen wird und Kadir irgendwas im Rücken trifft Und zwar so ein großer Jutesack Hier kannst du mitnehmen Das macht nur Dreck Ich drehe mich um Werfe einen bösen Blick zu Was hast du nur noch für Möbel Tür geht zu Dann Dann nimmt Kadir den Sack Ich gehe mal davon aus Das sind die Sachen von Nele Ja Der Eslam läuft jetzt zu der Tür Klopft da so gegen Ihr Schweine Was habt ihr gemacht Ihr könnt dann ja nicht einfach Das sind Nelas Sachen Und er scheint auch irgendwie dagegen zu drücken aber die Tür geht halt nicht auf Und er trommelt da so gegen Tritt dann nochmal gegen die Tür und meint Lass uns gehen Wir müssen erstmal ihren Suff ausschlafen Darf ich den Beutel haben? Na sicher Nimm den Beutel Zeig Wo ist sie denn? Zuletzt wir sind mit der guten Priesterin der Pereine Sie hat die letzten Salbungen vorgenommen Lass uns schnell gehen Ja Mein Freund Wie hieß der nochmal? Eslam 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 Deine Freundin hat uns angesprochen in der Taverne Hat sie das? Sie wirkte sehr nervös Kannst du dir vorstellen warum? Nein Nein nicht wirklich Sie hat Söldner gesucht um genau zu sein Sie hat Sie hat Sie hat sich Sie hat sich dann zurückgezogen als wir erwähnten dass man mein Freund hier der Zwerg ein Magier ist Als hätte sie Angst vor ihm Ja Ja sie ist nicht so gut auf Magier zu sprechen Welcher Heil? Ja ihre Mutter ist halt früh verstorben weil irgend so ein Magier ihr ein Mittel verschrieben hat gegen Übelkeit und das war wohl ein Scharlatan ist schon lange her Ja Aski läuft hinterher wirkt so ein bisschen nachdenklich jetzt grübel er vor sich hin Übelkeit grüner Schleim Was Aski jetzt aber auch auffällt jetzt wo er sich den Eslam auch mal genauer anguckt wo er ja auch durch die ersten Laternen durchläuft irgendwie auf der offenen Straße und nicht irgendwie hier im Dunkeln des Elendsviertels seid der Junge sieht relativ blass aus Also ungesund blass Ja so das das wollte ich fragen wie in der Straße Ja okay ich behalte es erstmal bis zum Tempel für mich Ja Ja der wird sich wird sich versichern dass das wirklich Nella ist die da irgendwie aufgebahrt ist und wird dann auch noch mal zu schluchzen und zu weinen anfangen und ja Kann ich irgendwie helfen um das aufzuklären die sagt der Mörder ist auch tot oder was war das für ein Unsinn was ihr da erzählt habt Der Händler Irio ist die Kutsche gefahren anscheinend Aber es scheint als wäre er besessen gewesen Der Händler was Ihnen sagt der Name Irio nicht Nein Nein Hulheimer sagt Ihnen das was Nein nicht wirklich Er hat anscheinend mit viel mit Holz gehandelt im Kontor Seine Waren immer selbst transportiert Ach der Ja doch doch Ja 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 Würde ich mir etwas über ihn sagen Ich habe nichts mit ihm zu tun Oder ich hätte jetzt mal eine tolle Frage Das Kontor Ist das zufälligerweise in der Nähe von dem Haus des Magiers der verstorben ist Oder ist das in der Nähe von Plätzen wo diese Diebstähle passiert sind In der Tat ist das in der Nähe von dem Haus wo der Magier wohnt Ja Okay Sandra Sandra Sorry Ja Hast du schon mal von Artefakten gehört die Geister verstärken und und so solche Dinge machen und könnten die gefährlich sein wenn die unbeaufsichtigt einfach nur rumliegen Man man bräuchte irgendwas um sie zu aktivieren wenn es keine Artefakte sind die irgendwie hinter Verwandten zaubern oder so sind Hast du alleine Ich meine es gibt alles mögliche man hört ja ganz viele Geschichten aber normalerweise brauchen sie immer irgendeine Aktivierung Okay Hast du hast du eine Inventarliste von den Artefakten die dort sein sollten Nein Nein Eslam hat sich auf so einen kleinen Stuhl gesetzt und fängt halt an den Sack irgendwie auszugraben und irgendwie so die die Klamotten von seiner verstorbenen Freundin rauszusuchen und ich suche was raus was wir für die Beerdigung anziehen können so viel hat sie ja nicht besessen kramt dann so ein bisschen in dem Sack rum Das wird Aski allmählich zu sentimental und er würde dann so einer der Priester hinüber gehen in der Nähe und die mal so ein bisschen beiseite nehmen ganz kurz auf ein Wort der gute Eslam hier wirkt mir ganz abgesehen natürlich von dem Schock entsprechend der Umstände ein bisschen kränklich ja das ist mir auch schon aufgefallen wir brauchen ihn vielleicht später noch mal in gesunder Verfassung sicher aber er und seine Freunde sind eigentlich immer ein bisschen blass seine Freunde wen meint ihr mit seinen Freunde naja gibt es eine Gruppe Clique ja wer gehört zu so einer so einer ja ja so einem Freundeskreis sie kommen öfters in die Abendandacht mit ihren Familien also Eslam immer alleine aber verzeiht mir ich war länger auf Schlachtfeldern und sonst wo unterwegs wann ist die Abendandacht abends bevor die Tore geschlossen werden jeden Tag jeden Tag seid herzlich eingeladen natürlich ich werde es eventuell sogar annehmen erst mal die wirken öfters blass ja das sind alle drei jetzt in letzter Zeit oder seit ihr sie kennt war Lela ein Teil der Gruppe ne sie ist glaube ich mit den Rübenzweigsern nun verbunden hat dann wohl zwangsweise was mit denen zu tun gehabt können sie mir dann die Namen der anderen sagen die eine heißt Alrike Alrike Rosshaus ja und der andere ist doch der der Schnitter der Alro Schnitter Alro Schnitter ja Notfall ziehen wir sie am Morgenabend Schnitter das wird zumindest Sandra irgendwie klingeln das ist halt die Familie des Magiers das wollte ich doch gerade sagen nehmen wir doch nicht schreibt mir alle Namen auf Entschuldigung Schlitter das ist der Sohn des Magiers wahrscheinlich anbetracht der Umstände würde ich ja nicht gerne bis morgen früh warten um dem Magierhaus einen Besuch zu starten wir sind schon eine ganze Weile gut auf den Beinen also ich würde auch vorschlagen wir ruhen uns jetzt mal langsam aus weil je nachdem was uns heute Abend oder heute Nacht jetzt noch wieder fährt bin ich keine große Hilfe mehr weil ich auch schon sehr erschöpft bin was meine magischen Kräfte angeht was Kadir auffällt weil er darauf geschult ist auf kleinere Dinge zu achten und gerade auch er derjenige ist der sich nicht zurückgezogen hat irgendwie als Eslam irgendwie diesen Beutel ausgepackt hat du siehst dass er einzelne Gegenstände da rausholt also Klamäuten vor allen Dingen und dann einer von den von den Kleidern halt irgendetwas wohl da drin eingeschlagen ist in so ein Kleid und er so ganz schnell irgendwie das Kleid rauszieht kurz da drunter guckt kannst nicht sehen was das ist und es dann ziemlich schnell wieder zurückpackt und dann irgendwie so also dass den Gesichtsausdruck so ein bisschen komisch guckt alles in Ordnung mein Freund alles klar ich glaube ich muss dann auch mal wieder nach Hause ich guck dir mal ins Gesicht und schau dir mal in die Augen ob der irgendwie unter Drogen steht oder so ja schaust schaust dem so tief in die Augen sind Drogeneinfluss also nein würdest sagen nicht kann ich sonst irgendwie was erkennen er ist halt gerade relativ nervös das erkennt man ich meine so körperlich irgendwie kränklich irgendwas ja ist halt blass also kränklich blass was ist los mit dir sieht ein bisschen danach aus ob jemand halt tagelang nicht geschlafen hat oder sowas so ein bisschen diese blässe die man dann kriegt ja wie Mist mit mir ist gar nichts los meine Freundin ist gerade gestorben du sahst ja vorher auch schon so aus hast du nicht geschlaft die letzten Tage oder bist du krank hast du irgendwas nein mir geht's gut ist der abgelenkt während er mit ihm spricht garantiert ja dann würde ich versuchen das was er deinem kleid gesehen hatte aus der flasche zu glauben weil kann dir das kann das wohl gelingen und kannst du das kleid dieses dünnel da raus klauen also könnte natürlich jemand der anderen sehen das müsst ihr entscheiden ob ihr auf sowas achtet da xandra das ja mittlerweile auch schon seinen verdacht hat dass er mehr als einfach nur ein gaukler ist was Kadir näher herangeht versuchen auch den jungen etwas mehr abzulenken also komm mal her zeig mal deinen Puls etc also der ist halt ein bisschen schlapp oder so aber sonst findest du da nichts außergewöhnliches da gibt es eine bewegung blitzschnell wie von einer speikobra also wirklich so vorschießen zack weg und zack im Ärmel ich glaube aber ihr habt recht ich bin ein bisschen übernächtigt und ich wegen diesem wegen nähler sache ich glaube ich muss auch mal ein ernstes wörtchen mit meinen eltern reden und so ich glaube ich sollte nach hause gehen ja mein junger freund das solltest du wirklich mal zwei drei ernste worte mit deinen eltern reden verzeiht wenn sie euch irgendwelche dinge an den kopf geschmissen haben sie sind nicht die umgänglichsten menschen wir haben uns auch nicht beim anklopfen mit rum gekleckert eslam solltest du einen türöffner brauchen sag bescheid ich helfe dir da gerne kein problem danke gut dann geht er raus also wie ist unser weiteres vorgehen das kommt darauf an später mit dem Ding was er da rausgezogen hat das ist ein Edelstein besetztes Diadem so und irgendwo in einer Tasche verschwunden das ist interessant er hatte fast Angst dieses Ding zu sehen lasst uns zum Gasthaus zurück kleine ich würde gerne noch die Rundfrage weiter befragen ob das Mädchen etwas verdächtiges bei sich trug was ist denn verdächtig naja sowas wie mit Diamanten besetztes Diadem zum Beispiel nein wieso sollte sie das haben sie ihre Familie ist battle arm sie hatte was in ihrem sack sie hat keinen sack dabei gehabt war das nicht ein sack die haben die Familie doch gegeben das waren ihre Sachen also es ist ja nicht ganz abwegig so etwas das hat sie aber alles ja nicht mit gekriegt die Gewalt ja aber ich sage es ihr ja nicht ob es irgendwas so richtig geht das ist aber eine sehr komische Frage so nebenbei ne kann ja sein vielleicht wolltest du uns was zeigen oder so was wir besprechen uns untereinander nochmal ich kehr zurück zur taverne und könnte dann nochmal alles bequatschen ich würde sie dann auch auf die Vögel hinweisen die mir verdächtig vorgekommen sind tatsächlich was Vögel und das Krähen oder Raben ist das ne das gleiche Tomari große Raben sie saßen auf dem Gebäude auf dem Dach Fürst es ist nicht ungewöhnlich wenn man in der Nähe von toten Raben sieht na stimmt ist das nicht ein Zeichen vor uns in der Tat ich hatte nur das Gefühl es ist ein nehmt es das Gefühl dass es uns etwas sagen soll ein Zeichen Bodon ist ja auch dafür da dass er ruhelose Seelen zurückführen soll in die zwölf göttlichen Paradiese ja und wenn Kadir so überlegt diese Raben sind halt sehr aufgeregt weggeflogen und nicht da geblieben weil es ihre Aufgabe nicht ausführen konnten je länger ich darüber nachdenke desto mehr glaube ich dass wir das hier wirklich mit einem ruhelosen Geist zu tun haben oder mehreren und hier mehrere Dinge zusammen laufen junge Leute die sich langweilen und vielleicht komische Dinge ausprobiert haben vielleicht in das Haus eines Magiers gegangen sind laut aus einem Buch vorgelesen haben wie mein Großvater schon zu sagen pflegte es ist ja noch nie was schlimm passiert wenn man noch sein Buch vorgelesen hat und puff weg war Zwischenfrage redest du noch mit der geweihten oder redest du jetzt schon mit uns mit euch wir sind wir sind doch vorhin bei der kutsche darüber nachgedacht ob es eine verbindung zwischen den diebstählen und diesem vorfall gibt jetzt haben wir einen diamanten besitztes die dd was wichtig drauf wette gestohlen ist schaut kurz nach links schaut kurz nach rechts beugt sich dann so ein bisschen vor und ihr habt ja gesehen wie er sie in Erbe gesteckt hat und der zieht es jetzt unter seinem Wams raus ist halt ein sehr edles teurer auch mit Gold eingefasstes Diamanten und Edelstein diadem ich bin mir nicht ganz sicher aber ich würde sagen das entspricht so ungefähr dem zehnfachen Jahr des Hauptmannes definitiv nicht schlecht nicht schlecht so langsam flutschtest in die Tasche von Xandradash nein vielleicht ein Geschenk von ihm an sie Xandradash konzentriert sich nochmal und wird jetzt noch ein paar arcane formeln aufsagen und wirkt mal nochmal ein Oculus Astralis und schaut ob da irgendwas magisches dran ist das der dem ist nicht magisch aber ich könnte mir vorstellen wenn man herumfragt wird genau so etwas vermisst da werden bestimmt viele Sachen vermisst aber wenn das einfach nur der runter wäre wäre es ein Anfang aber vor allen Dingen überlegt mal sie hatte es in einem Gleit das heißt irgendwo muss dieses Liebesgut sein oder sie hat das Liebesgut gefunden und irgendwas an sich genommen vielleicht etwas das ihr gefiel oder sie hatte ein schlechtes Gewissen bekommen und weiß wem das vielleicht gehört und wollte es zurückbringen ich glaube sie hat es von ihrem Freund bekommen vermute ich auch oder und weil sie weiß wo es herkam wurde sie nervös oder ängstlich und hat vielleicht die Hilfe von Fremden gesucht weshalb sie uns vielleicht angesprochen hat sie wird sich zumindest denken können dass ihr Freund das nicht über ehrlichen weg bekommen hat und sie wird wissen von den die bestellen in der stadt das problem ist jetzt die einzige frage die sich mir jetzt noch stellt warum hatte sie Angst vor unseren zauberern weil ich davon ausgehe dass der sohn des magiers nicht wirklich unmagisch ist irgendwie müssen sie das ja machen es sind keine normalen diebstähle die ja vonstatten gehen wir keine beweise wir kommen nicht rum in das haus zu gehen das dachte ich auch gerade und ich denke wir sollten das jetzt tun in der nacht oder wir teilen uns auf und ich sehe mir das haus einmal grob an wir teilen uns nicht noch mal auf oder wir gehen alle zusammen in das haus und überlachten dort eine hervorragende Idee ich habe in der taberne sowieso die Zeche geprellt über welches haus redet ihr das haus des magiers der wird ja mit Sicherheit ein zwei betten gehabt aber da wurde ja auch der sohn das wissen wir nicht das können wir überprüfen und wenn ja können wir ihn gleich verhören wir haben ja erstmal zwei baustellen wir haben einmal die 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 ruhelosen geist das wird wahrscheinlich zusammenhängen ich würde aber sagen wir machen das morgen früh in Ruhr ich weiß ja nicht wie müde ihr seid also ich würde tatsächlich in das haus des magiers gehen und mich dort ausruhen einfach nur um sicher zu gehen dass keiner einbricht und irgendwas entwendet moment 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 das ist das mit ich habe schon festgestellt dass du sehr gerne irgendwo reingehst ja aber wir müssen wir haben Glück dass die uns bislang nicht bei der Stadtmacher angezeigt haben für Sachbeschädigung und Ruhestörung nun wir haben einen Zwerg dabei der autorisiert ist da einzutreten wir haben einen Zwerg der den Gildensiegel besitzt nee also ich habe keine Autorisation irgendwo ungefragt einzutreten und wie wolltest du dann die er kann darum bitten die Aktefakte zu sehen und die da anzukaufen richtig in dieser Wohnung oder in diesem Haus wohnen noch andere Menschen genau wir können uns da schlechter ein quartieren klar du kannst natürlich hineingehen und sagen das ist jetzt mein Haus und ich wohne jetzt hier der Zwerg wohnt jetzt hier und du verbringst die Nacht im Karzer dann habe ich dann habe ich was unbewacht bleibt wir können aber auch nicht die Nacht durch machen was haltet ihr davon wenn wir in Schichten Wache schieben ich mache gern den Anfang nur was willst du genau entdecken ich will nichts entdecken ich will nur etwas mögliches verhindern wenn da jemand eindringt bevor wir die Chance haben so gut wie die 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 stelle gewesen sein sollen ist das hoffnungslos ja wenn wenn sie etwas stehlen wollen dann stehlen sie es wir sollten nicht so tun als würde eine Wache von uns das verhindern können da hat er recht wenn dann müssten wir innen sein und das geht dem nicht allerdings am Tag könnte man für eine Ablenkung sorgen wenn man sich umsieht nein dann machen wir das morgen in Ruhe wie Xander das schon vorgeschlagen hat er ist dann wieder bei Kräften und kann mit Sicherheit sagen ob eine Gefahr drohen würde oder nicht ihr sorgt vielleicht für eine Ablenkung für den Jungen wenn er dort wirklich wohnt und vor Ort ist und ich kann mir einige Dinge ansehen und wir tragen dann unser Wissen zusammen Nun gut ich fühle ich bin überstimmt dass wir dort einfach jetzt hingehen Also geht er jetzt schlafen Wer nimmt das Diadem Tja Ich Frage jetzt rückt er jetzt wieder raus Kadir okay Entschuldigung das ist halt Gold Gears ja auch irgendwo mit Beinen Wo war dein Schlafplatz nochmal Im Gruppensaal Genau wie bei mir Mit den beiden Kriegern zusammen Ich trage es natürlich dann unter meiner Kleidung wo ich das auch alles verstecke Das heißt wer an meine Kleidung will der muss mich befinden Gut dann geht ihr schlafen und ja in der Nacht träumt ja alle recht süß besonders Kadir träumt von den schönen mittelreichischen Damen und ja dieser Traum wie dir so an dir herumgestrichen wird und irgendwann ja ist das aber so ein bisschen zu real im Traum und du schlägst so ein Auge auf und sie ist tatsächlich eine Gestalt über dir mit einer schwarzen Kapuze nicht so abtastet und das Diadem gerade unter dem unter der Kleidung wegzieht und sich dann sofort umdreht ja dann springe ich auf und würde nach der Gestalt ein Messer werfen ja ich wirfst das Messer die Gestalt ist sehr geschickt weicht dem Messer aus und dreht sich dann sofort an dem Messer so vorbei und mit der gleichen Bewegung greift sie nach der Tür und verschwindet im Gang ganz natürlich hinterher oder die anderen wecken oder hinterher also ich rufe ausgehört und dann sind die natürlich sofort du wirst es auch hören und Kadir sieht halt irgendwie wenn du aus dem Schlaf rausgehst ist halt links das Zimmer von Xandradash und rechts ist halt auch noch ein Zimmer was allerdings leer ist und die Gestalt biegt jetzt nach rechts in das Zimmer ab dann biege ich hinterher und im Rennen gehe ich in meine Tasche stoppe mir die Münze meine Glücksmünze reib darüber Fakes Herr der Nacht der Listenreiche verleihe mir deine deine Stärke und die Schnelligkeit diesen Dieb habhaft zu werden ich lasse mich ungern bestehlen deine Geschwindigkeit und würde versuchen Wiesel flink zu wirken wodurch sich meine Geschwindigkeit verdoppelt Du bist schnell und holst schnell auf die Gestalt vor dir als Xandradash irgendwie was aus der Tür rauskommt und Durak dir hinterher läuft oder was wolltest du machen was wolltest du machen also auch aus dem Fenster klettern aufs Vordach oder so damit ich den abfangen kann das Fenster vom Schlafsaal geht dann nach hinten raus nicht zur Seite okay so und Kadir geht halt läuft halt holt auf siehst halt wie die Gestalt in das Zimmer rennt und schnurstracks auf den Wandschrank zuläuft den Wandschrank aufreißt in den Wandschrank reingeht die Tür hinter sich zuzieht da denke ich gar nicht erst drüber nach läufst hinterher machst die Tür wieder auf und der Wandschrank ist leer Kschaksch stellst du dich auch rein mal gucken was passiert Xandranasch hinter dir sofort genau was ist los da scheint es irgendeine Art von Durchgang zu gehen aber ich komme nicht durch vielleicht magisch ich weiß es nicht sofort fängt Xandranasch an wieder irgendwelche Akam-Formeln zu murmeln und Oculus eigentlich sofort ein Annalys ich brauche keine hier war definitiv Zauberei am Werk und zwar mächtige sphärische Magie hier hat jemand einen ja also das ist so ein Merkmal also wenn du direkt den Analyse sprichst du merkst mehrere Komponenten dieses Spruchs also einmal merkst du dass der ist sehr sehr mächtig und der ist ja auch unbekannt also diese Magie scheint irgendwie eine Kombination aus mehreren magischen Sprüchen zu sein die du in dieser Kombination noch nie gesehen hast aber die unglaublich mächtig zu sein scheint also derjenige der es angewendet hat muss unglaubliche Kraft verfügen denn er hat es wohl geschafft eine sphärische Kraft zu nutzen um so etwas du grübelst nach welcher Zauber das am ehesten ist irgendwie den Disintegrator oder womit man Materie auflösen kann das käme dem noch am ehesten wahrscheinlich der zweite Aspekt dieses Zaubers ist aber dass es nicht permanent ist sondern dass sich diese Materie wieder zurückformt also auflöst und wieder zurückformt also kein Transversales sondern genau es hat wahrscheinlich reingelaufen hat die Rückwand des Schrankes disintegriert ist durch und danach ist sie wieder erschienen naja dann kurze Frage ist das eine Außenwand ist eine Außenwand genau seht den Ascari und ich ihr seht tatsächlich die Gestalt irgendwie wenn ihr um die Ecke biegt weil euer Fenster ging ja nach hinten raus und da ist er zur Seite raus wenn ihr um die Ecke biegt seht ihr ihn halt noch die Straße lang laufen das kann ich schnell hinterher jedes Mal laufen jedes Mal ich verwende die alte Taktik und hoffe auf Spuren im Schnee Spuren im Schnee gibt es tatsächlich und die Spuren führen dann irgendwann ihr folgt der Gestalt und die kommt irgendwann auch wieder in so eine Art Gasse rein schaut sich dann um und ihr seht dann tatsächlich vor euren Augen wie diese Gestalt kurz einmal so macht dann die andere Hand auf die Wand legt von dem Haus die Wand vor euren Augen verschmilzt die Gestalt einen Schritt zur Seite macht und die Wand vor euch wieder erscheint während die Gestalt ist eine Hauswand eine massive Steinwand also wenn du dann ranläufst und Geheimtür suchst oder so da ist keine Geheimtür das will ich gar nicht ich will gucken ob der irgendwo aus diesem Haus auch wieder rauskommt ja du müsstest halt einmal komplett außen rum laufen also ich weiß ja jetzt nicht was das für ein Haus ist ist das jetzt ein Wohnhaus neben dir steht Askenhof keuchend und fluchend und wirft wütend Schneebälle gegen die Wand und regt sich auf ok das wird nichts mehr erkenne ich das Haus von und für sich ist das vielleicht das Haus von dem Magier oder ne ist so ein random Haus ist das ein zufälliges Haus ok ah interessant also um das abzukürzen der ist euch natürlich mit solchen Möglichkeiten überlegen wenn er weglaufen will dadurch kommt halt durch alles durch hat er hat er uns bemerkt dass wir ihn er hat euch bemerkt ja ah scheiße ich hatte gerade die Hoffnung dass das eventuell einfach sein Unterschlupf ist naja Schepper 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 Ja Rassel 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 Schepper Xamradash und Kadir ja inspizieren derweil den Schrank und werden sich dem gewahr was das von was das von so eine Art war wie der entkommen ist Verflucht doch eins ähm du hast ja gesagt ich müsste komplett um das Haus drum herum gehen ja nun werde ich ihn ja mit Sicherheit nicht mehr sehen selbst wenn er der Faust verlässt aber die Spuren im Schnee kann er nicht einfach so verschwinden lassen wenn er durch den Schnee gelaufen ist ja ich würde mich gerne jetzt um das Haus drum herum also ich würde vorsichtig sein und mich umschauen ob ich Spuren sehe die von dem Haus weggehen von einer Wand eventuell also also es gehen mehrere Spuren aus dem aus von dem Ding weg allerdings ist das hier auch die Hauptstraße hier geht der Waldruth im Rasshaus ich würde gerne die Spuren ignorieren die halt aus Türen rauskommen und solche Geschichten und mich halt nur auf die keine anderen Spuren die aus der Wand rauskommen verdammt dumm ist der Kerl nicht mit Adrenalin im Blut also naja kommt drauf an wie man das nimmt wie man dumm definiert aber gut okay dann würde ich mich wahrscheinlich auf den Weg zurück machen ich würde mir allerdings die Adresse merken ja so jetzt wisst ihr zumindest mit was ihr es zu tun habt okay Margie Sterne was ist eure Expertise in dieser Angelegenheit entweder hat die Person ein sehr mächtiges Artefakt oder einen sehr mächtigen Zauber der bisher noch nicht bekannt ist weil so einen Zauber habe ich noch nie gesehen also die Kombination hast du noch nicht gesehen ja was uns wieder zu dem Magier zurückführt fürchte ich ja eine Frage hätte ich noch mhm ist der Dieb in Richtung Elinsviertel gerannt ja wir sollten uns deine wirklich bald umsehen also wenn ihr euch austauscht natürlich Askiah und Durak können ja das erzählen was sie gesehen haben mit dem ne ja das ist ja vielleicht auch noch ein Hinweis dass es Richtung Elinsviertel halt war in die er gerannt ist und wie der Zauber funktioniert ja das ist selbstverständlich irgendwie wir haben halt bloß die Pose gesehen oder haben wir auch Zaubersprüche gehört du hast keinen Spruch gehört was dann für Xandradash nochmal extra interessant sein kann ja das würde ich ihm auch gerne extra erzählen das heißt er wird irgendein Artefakt ein Amulett vielleicht um seinen Hals haben das eben diese magischen Kräfte oder diesen Zauber wirkt ein sehr das kann ich sagen jetzt jetzt wo wir das wissen würde ich tatsächlich vorschlagen uns wieder zu Bett zu begeben noch weiter Energie zu tanken bis morgen am nächsten Tag den Magi jetzt vor ihm aufzusuchen richtig genau auch das soll euch ohne also die weitere Nacht ist ohne ohne Zwischenfälle und am nächsten morgen kommt ihr beim Magierhaus an findet ihr auch ohne Probleme weil das ist so leicht wie so ein Turm gebaut also etwas größer als alle anderen und ein großes Schild prangt auch über der Tür Kuriositäten Kabinettschnitter dann klopfen wir da mal an ja dann macht euch eine nette Dame die Tür auf und einmal für die äh anderen ja eine ältere Dame mit weißen langen Haaren einem grünen Kleid etwas verschlafen aussehend morgen was kann ich für euch tun guten morgen mein name ist xandra ich bin meines zeichens gildenmagier von der magierakademie aus torval und wurde von meiner gilde her geschickt um diese kuriositäten zu begutachten ah ja ich habe danach ja 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 doch doch ja kommt herein kommt herein das sind eure gefährten das sind meine gefährten genau ja kommt herein ich kann euch da gerne ich kenne mich mit dem ganzen kram nicht aus mein mann hat das alles gesammelt aber ich naja aber ihr könnt euch gerne alles angucken das ist wenn ihr was findet was von wert ist sagt mir ruhig bescheid und wir können verhandeln sie können mir noch einen gefallen tun werte Dame ja war das ihr Mann ja der die Artefakte gesammelt hat ja das ist mein Mann gewesen hat ihr Mann hat ihn selig auch einen Katalog oder eine Inventarliste geführt über alle die er hatte oh ja natürlich hat er das mhm wolltet ihr die einsehen bevor ihr euch umseht gern ja ich würde die gerne mit dem vorhandenen Inventar abgleichen oh kein Problem ich habe sie glaube ich hier irgendwo im Sekretär Moment ich hab dann halt so einen Sekretärschrank auf und so ein bisschen den Papieren ich glaube das hier ist es ich kann mit den meisten Namen darauf nichts anfangen ich stimme das entgegen ich wollte es ihm gerade reichen aber gut woran hab ihn selig wann ist denn euer Mann gestorben vor drei Wochen beim Beileid oh danke schön ist nicht ganz einfach jetzt wo natürlich wir keine Einnahmequelle mehr haben aber wenn ich hoffe wenn wir ein paar von den Dingen hier verkauft bekommen dass das reichen wird es sollte doch was wert sein oder natürlich wenn das magische gegenstände sind dann wird es was wert sein du wirst du bist gemütet okay wie hat denn eurer Sohn das ganze aufgenommen oh er war zu Tode betrübt ja wann haben sie ihn das letzte Mal gesehen mein Sohn heute morgen beim Frühstück wie hat er gewirkt war blass er treibt sich sehr oft mit seinen Freunden herum und sie trinken des nachts wie was halt so junge Menschen halt machen dementsprechend war er in der Tat etwas blass heute morgen aber das ist er öfter in letzter Zeit seit sein Vater gestorben ist trinkt er sehr viel ich nehme an er ist nicht mehr im Haus oder nein er ist unterwegs können sie mir sein Zimmer zeigen natürlich was interessiert euch sein Zimmer da sind aber keine Artefakte nun entschuldigt bitte meinen Gefährten wir werden uns jetzt erstmal ein bisschen um die Artefakte kümmern ja vielen Dank schon mal gern wenn ihr noch Informationen braucht vielleicht wollt ihr auch ein paar von den Büchern die man hatte sammeln oder so oder verkaufen ich kann damit ja alles nicht die sind alles in dieser merkwürdigen Krickel Krackel Schrift geschrieben und so deswegen bin ich ja hier ich werde mir das alles anschauen und dann werde ich ihnen entweder ein gutes Angebot machen oder eben schaut euch um schaut euch um wenn die Frau weggeht Durak du solltest vielleicht nicht jeden hier direkt mit der Tür ins Haus fallen ja du hast natürlich recht das war unüberlegt na das habe ich nicht gesagt naja ich habe nur gefragt ob ich jetzt sowas hin darf ich hätte auch sagen können dass ich ihn als sehr attraktiven Mann empfinde das wäre dann auch bestimmt weniger verstört gewesen ihr schaut euch um es sind halt irgendwie allerlei möglich also das meiste davon ist Tant irgendwie so sieben Meilen Stiefel und alles was man schon mal so als magier schon mal irgendwie gesehen hat so 0815 Dinger so alles aber schön sortiert und in Vitrinen aufgehoben irgendwie auch als Ausstellung präsentiert sodass man dran lang gehen kann und wann es aber da so lang geht ist in einer Ecke eine Vitrine die ist in der Tat leer Ja Was sieht das so aus als wäre das ein Amulett was da normalerweise hängt Es ist so eine angedeutete Büste da drin in diesem Vitrinen Schrank und da wo man halt so ein Diadem oder ein Amulett halt so dran hängen könnte Interessant Sandra Das Ja da fehlt was Guck mal bitte in die Liste fehlt denn eventuell ein Amulett Ja Ich gleich mal die Inventarliste Wenn ihr das mit der Inventarliste abgleicht dann fehlt das Amulett von Brabac Warte War ich so eine Vermutung wer das hat Ich auch Du findest auch eine Abbildung in der also in den in dem Katalog wie es aussieht Ja So sieht es aus Darf ich jetzt die Frau fragen wegen dem Zimmer Vielleicht liegt es da drin Vielleicht sollte ich mir das vielleicht ganz ich glaube ich sehe mir das mal von der anderen Seite dann Was meinst du damit Das wichtigste ist wenn man versucht einen Verbrecher zu überführen ist niemanden auf seine Spur zu bringen und sich möglichst unverdächtig zu verhalten mein Freund Soll ich in der Zeit die Frau ablenken ich wollte sie sowieso noch etwas fragen Das kannst du tun Dann mache ich mich auf die Suche nach dir Ja dann findest sie auch du das ist kein Problem Wissen wie der Zauberer gestorben ist Das habe ich nachgefragt wenn du sie fragst sagst sie die ist halt schon ja er war nicht sonderlich alt aber sein Herz hat er hatte immer Herz Probleme die vereine Priester hätten gesagt sein Herz hätte das Ganze nicht mehr mit gemacht Es hat ihn sehr aufgeregt dass sein Sohn nicht auf die Akademie gehen konnte Okay also es war kein Schleim involviert in der ganzen Geschichte Schleim nein kein Schleim Wieso Schleim Ektoplasma Ektowas Heister Heister war doch auch von dem Geisterzeug überzogen Ist das so ein Zwergending Das hat doch damit nichts zu tun Was redest du da wieder für ein Unsinn Vielleicht ist der auf eine ähnliche Weise gestorben wie der Kutscher Nein kein Schleim Wir Menschen sterben und haben keinen Schleim Ja aber der Kutscher ist gestorben und hatte Schleim Ja Das kann passieren Der Händler Nur mal war Bullheimer der Kutscher Bullheimer der Händler Öbelhändler wenn ich es recht verstanden habe Wissen Sie ob er mit Ihrem Mann gearbeitet hat Na welcher Händler Bullheimer Bullheimer Das war mit dem haben wir nichts zu tun Der verkauft Möbel Ich glaube ich habe irgendwo einen Schrank von ihm aber sonst Als Durag mal wieder beginnt diese Sachen durcheinander zu werfen und sich gehörig zu verplappern wird sich dann mal Kadir dezent davonstehlen und das Haus auf seine Art auf den Kopf stellen Nämlich Einbrechen wo was verschlossen ist Was suchst du denn Also zum einen das Zimmer von dem Jungen da würde ich halt mal gucken dass ich so groß wird das Haus vermutlich nicht sein Es ist ja kein Palast oder Palazzo Das werde ich mir zuerst ansehen und dann vielleicht wenn das auch verschlossen ist das Studierzimmer des Magiers Aber erstmal das Zimmer von dem Jungen da werde ich dann einsteigen Ja Also wenn du da nach dem Amulett suchst das wirst du da nicht finden und auch sonst was suchst du sonst Ich sag mal irgendwie Ich hab die Vermutung dass die halt so einen komischen Ich sag mal Seance Witchboard Ding gemacht haben So jetzt So was hat er auch nicht Also so nach Es wirkt schon so Er hat schon magische Also er hat schon so Grundlagen Bücher auf der Magie hat er da Also sie stehen irgendwie im Regal Und aber sonst sitzt da irgendwie nicht nach jemanden aus der großartig irgendwie magische Rituale oder sowas geplant hätte oder sowas Finde ich ein Tagebuch? Ne Okay Ja Sonst würde ich halt mich im Studierzimmer umgucken ob ich da irgendwas noch finde vielleicht irgendeinen Hinweis Du findest Du findest da suchst ein Buch tatsächlich was weil Xandra das hatte ja irgendwie gemurmelt dieses Amulett von Brabac Findest tatsächlich ein Buch über Artefakte natürlich gibt es ganz viele Bücher aber eins irgendwie was Artefakte aus Brabac halt als Thema hat und da findest du wenn du ein bisschen drin rumblätterst tatsächlich eine Beschreibung dieses Amuletts genauso beschrieben wie das Bild was du gesehen hast was in diesem Katalog drin ist und auch die ja die Wirkungsweise also es ist ein mächtiger Geist in diesem Amulett gebunden und es ist eine Vorsicht also eine Warnung die in diesem Buch drin steht jeder der das Amulett trägt dem verleiht das Amulett halt die Macht über Materie und der Geist verleiht diese Macht aber zehrt von dem Träger des Amuletts und wenn er genug Lebensenergie gezogen hat von dem Besitzer stirbt der Besitzer und der Geist kann frei wandeln auf Erden und vielleicht sogar wiedergeboren werden dann würde ich liegt da noch eine leere Seite Pergament ja stimmt irgendwo würde ich mir das nehmen einen Kohlestift und schnell durchpausen also die Seite und dann wieder zurückgehen und ja das wäre die Zwergen Methode richtig nee 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 der ist bei magischen büchern sehr vorsichtig und bei büchern von magiern also dieses vorsicht nicht anziehen nicht damit in Kontakt kommen und so kommt dann wieder und wird dann so seine Hand auf die Schulter von Sandra da schlägen und schon arm geworden und dir dann so einen Zettel in den Kragen schieben ja na ich guck mir die Sachen an ich werde das alles mal kategorisieren und der Dame des Hauses mal eine Preisliste machen die ist höchst erfreut dass sie ein paar Sachen davon verkaufen kann genau und was halt interessant für meine Akademie wäre würde ich dir halt auch ein Angebot machen und ja wenn ich dann mal irgendwann mich hier rum gucke werde ich mir mal den Zettel da aus meinem Kragen rausholen ask hier wollte die Dame aber noch was fragen das habe ich noch im Kopf oder ist das erübrigt was gemült das hat sich erübrigt ah ok gut wollte nur nach dem Händler fragen ob der mal hier passt gut waren halt nicht da irgendwie die hatten nicht viel miteinander zu tun ich würde die Dame mal fragen ob ihr der name rosshaus etwas sagt ja das ist eine familie die wohnt auch im elendsviertel da unten aber die ich glaube ich glaube Eirike ist mit meinem Sohn befreundet also befreundet nicht so beruflich ich glaube die arbeitet als ist gleich wie flechtet glaube ich Körbe oder so Unsinn auch ein wort werte dame wir haben da ein problem ja und zwar ist uns aufgefallen dass dieses amulett fehlt und ich zeige auf die ecke wo das amulett fehlt nein wie fehlt da ist normalerweise ein amulett in der inventarliste und das fehlt da bin ich etwa auch opfer von dieser komischen diebesbande geworden nun das ist ein sehr mächtiges amulett ich werde sofort die stadtwache informieren ja hört bitte erstmal zu ich glaube also wir haben die befürchtung dass das amulett eher der ursprung der diebstähler ist wie das jemand benutzt das amulett um damit durch bände zu gehen ok ich kenne mich da jetzt nicht mit aus aber ihr seid der magier wenn ihr das sagt dass das das kann wer könnte das denn sein ich habe ja vorher keinen reingelassen war ihr seid der erste magier der sich die sammlung anguckt es muss kein magier sein ja wie könnte das ich krieg sehr selten besuch ja die freunde von meinem sohn kommen öfters zu besuch aber sonst eigentlich niemand vielleicht haben die was damit zu tun die freunde von meinem sohn ein lausbubenstreich dieser eslam bestimmt die familie ist ganz zwielichtig die haben spielschulden ohne ende vielleicht haben sie das geklaut um es zu verkaufen vielleicht aber wenn sie das benutzen kann das sehr gefährlich werden dieses artefakt dann solltet ihr sie schnell finden richtig und da ihr sohn ja weiß wo sie sind beziehungsweise wo die sich rumtreiben wäre es gut wenn wir die hilfe ihres sohnes hätten wissen sie wo er ist ist bestimmt bei seiner freundin bei den raushausens ich kann euch gerne den weg beschreiben also ihr geht hier runter bis ihr in das elendsviertel geht und dann ist es sofort das erste haus rechts vielen dank er macht schnell wenn es so gefährlich ist das werden wir tun danke sie lasst uns uns auf den link machen ja und mit blick auf die uhr rush ich ein bisschen wenn ihr dort ankommt stehen stadtwachen vor der tür und man trägt gerade auch die pereine priesterin könnt ihr wieder sehen weil man trägt gerade eine leiche aus dem haus wessen leiche ist das von alrike grosshausen sie ist heute nacht verstorben woran das habe ich noch nicht raus gekunden sind ja gerade erst gekommen sie wie ist die dame gekleidet sie hat ihren morgenmantel an das ist die eine gewalt die das da gerade managt ja der schleim auf ihr nein kein schleim ok hat sie irgendwas um den hals eine halskette amulett nein warum sich hört ihr mal den arm um die schulter legen der pereine geweihten dann das hier mal raus so dass sie das sehen kann das fuchs amulett schwester ja wir sind ja wir sind ja dann etwas dran macht euch vielleicht besser bereit dass es noch ein oder zwei weitere geben kann die dringend eurer hilfe bedarfen irgendetwas zehrt dann ihrer lebenskraft sie haben sich mit mächtigen eingelassen wie es scheint die sie nicht kontrollieren können wenn ihr euch die den leichnam ansehen wollt könnt ihr das gern tun ich würde das haus betreten und mich da anschauen nach Wertgegen schnitt mit dem leichnam gerne anschauen ja macht das also du siehst tatsächlich am arm eine 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 wunde sieht aus wie ein glatter schnitt und wenn die kardier sich jetzt irgendwie erinnert als diese gestalt sich so raus es könnte sein dass dein wurfdurch die gestalt am arm getroffen hat sehr kurz lässt den durch auf schnacken hält den kurz dran so verdammt da wurde ich schon von einer mittel lassen wir das ansonsten seht ihr ist halt eine leiche ist halt blass aber sonst findet ihr da keine äußeren Einwirkungen ist das die Todesursache ist die daran verblutet ne aber die leiche sieht auch irgendwie nicht so aus wie ihr sie erwartet hättet also ihr hättet ja ein junges mädchen erwartet die hier sieht aus als wäre sie ja eine mittelalte bis alte frau wo sind die freunde dieses mädchens eslam und wer ist der andere junge eslam und heiro wahrscheinlich zu hause ne der heiro war nicht zu hause ist nicht wir sollten es so schnell möglich finden finde ich denn irgendwas in dem Haus was suchst du ähm hast du eine geingstunde und zweitens so eine dunkle robe aber naja gut wir müssen es ja jetzt die dunkle kleidung wie du wie die Gestalt gestern getragen hast kannst du finden ja und du findest auch mehrere beutel mit gold dukaten ja 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 lass mal einstecken äh ich würde gerne die äh ist das clever jetzt die Wachen schon darauf hinzuweisen oder zurück zurück halten hast du dich mit informationen bisher nicht also wenn ihr den eslam oder so sucht und der nicht zu hause ist also öfters ist er und seine nun ja verstorbene Freundin sie waren öfters im apfelhain auf dem hügel vielleicht findet ihr ihn da dann sehen wir uns da um ok dann dann gehen wir erstmal dahin ich schätze wir müssen uns wirklich beeilen was auch immer das ist das scheint immer an mehr der macht zu bekommen ja schließt sich das bild noch nicht ganz du bist sehr abgehast noch mal bitte zu wohl heimer bitte zu wohl heimer gibt es keine verbindung muss jetzt nehmen das der kontor ist halt in der nähe von dem magier haus aber sonst gibt es da keine verbindung manchmal gibt es auch einfach zufälle gut lasst uns zu dem apfelhain eilen wenn ihr dem apfelhain ankommt der liegt auf so einem hügel also äpfel bei apfelbäume und also aussichts stellen wo man sich irgendwie auf bänken niederlassen kann und über die stadt blicken kann also so ein beliebtes ziel für junge leute um rummach orte ja und tatsächlich auf einem von von diesen bänken also bei einem von diesen bänken seht ihr zwei gestalten einmal den euch schon bekannten eslam und eine zweite gestalt die ihr bis jetzt noch nicht gesehen habt nämlich diese hier und auch mal für die anderen leute diesen hier und die scheinen sich zu streiten also ihr hört lautstark irgendwie diese du musst damit aufhören von eslam und so und es reicht es nicht dass Nela gestorben ist was hat das denn mit Nela zu tun keiner kann uns aufhalten wenn wir das amulett benutzen und seht halt jetzt auch wenn ihr drauf achtet dieses amulett um den hals von von diesem jungen jetzt hier prang und eslam greift halt gerade so danach packt halt so die hand von ihm halt so mit so dass er danach greifen will sagt er nein das ist meins und dann desintegriert der arm von eslam und es gibt eine große blutfontäne die ihm aus dem stumpf rausschießt und er fällt hintenüber als sich der arm dann wieder materialisiert auch du nimmst mir das nicht weg ruft er dann dann könnte dazukommen Junge du solltest das amulett er wirkt übrigens auch sehr sehr also der sieht auf dem bild jetzt ziemlich jung aus als ihr den jetzt sieht der auch eine große weiße strähne und irgendwie so altersflecken im gesicht schon die haben uns noch nicht bemerkt oder nein ich würde mich so ein bisschen daran machen ihn zum runden falls er weglaufen will ich schneide es ihm den weg ab ich stelle mich neben zandra das amulett ist gefährlich ich schleiche mich auch von hinten an und würde dann mein mond amulett benutzen damit man mich nicht hören kann ich würde den beiden gerne zurufen es reicht alrike ist mittlerweile auch gestorben wegen dieses amuletts siehst du siehst du alro hör auf mit dem wir müssen das wir müssen damit aufhören wenn alrike auch schon gestorben ist nein niemals das ist die einzige weg ich bin mächtig mit diesem ding dann siehst du nicht dann siehst du nicht was es mit dir macht wenn du so weit machst bist du relativ bald tot mit diesem ding das ist ein amulett deines vaters das von deiner lebensenergie zerrt so ein unsinn ihr könnt mich nicht aufhalten er macht sich das letzte mal in den spiegel gesehen er macht sich halt dran wegzulaufen allerdings am ask hier und kadir haben ihn ja umrundet und er würde euch quasi direkt in die arme laufen und die anderen wenn sie nach wenn sie auch im hinterherlaufen laufen mal zuerst bei zu eslam der so ein bisschen verwirrt so wenn man noch aus seinen arm guckt ja ich lauf erst mal her aber ich stehe davon aus dass sie den einfangen ich würde versuchen wenn quasi so ask hier ist ja dann überpräsent wenn er den so sieht definitiv ja eine imposante Gestalt an ihn zu schleichen dann mit einer Stärfebewegung und es deutlich ist das Amulett hinten durchzuschneiden damit das runterfällt willst du eine Karte dafür ziehen ja das gehört besser ja ask hier erwartet ihn halt nur mit gezogener Klinge ich werde es auf jeden Fall versuchen schauen wir mal wie die ganze Sache mit ask hier kadir und halro ausgeht wenn wir die Karte dazu befragen zieht mal eine Karte irgendjemand von euch kann eine Karte ziehen und ich bin gerade dabei ja lass mich mal ich hab's nicht ich will auch mal Magie und Traum ganz friedlich was sagt euch das für die Auseinandersetzung mit dem also ask hier zieht sein Schwert und ähm Kadir versucht vielleicht mit dem Dolch irgendwas zu machen ja aber erstmal ask hier okay mach kurz ach so wie war das er kommt jetzt direkt auf mich zu gerannt genau ich würde eigentlich nur versuchen ihn abzubremsen weil ich halt ehrlich möchte dass Kadir ihm tatsächlich das Amulett abnimmt kannst du mir versuchen irgendwie mit der mit der flachen Seite des Schwertes irgendwie so zu verdürzen ich möchte ihm halt nicht zu nahe kommen so weil ich hab einen abgetrennten Arm gesehen deswegen sehr eindrücklich wenn er auf ihn zukommt ask hier tritt ihn eigentlich nur frontal wieder nach hinten zurück in der Hoffnung dass das seinen Ansturm etwas abbremst ja in der Tat als er dich bemerkt versucht er irgendwie versucht er irgendwie zur Seite wegzulaufen allerdings genau in die Richtung wo Kadir steht weil der war ja lautlos ask hier tritt etwas daneben ask hier hat genau so wahrscheinlich Schwerte so in der einen Hand so dass wenn er nach in die Richtung von dem Schwert wird wahrscheinlich keiner laufen deswegen hast du dich so hingestellt dass du ihn genau in Kadirs Richtung treibst so dann zieht Kadir auch nochmal eine Karte für seine Aktion oh Gott ich ahne Schlimmes ähm uh uh oh jemand stirbt gleich oh wa oh scheiße okay äh okay ne es ist äh es wurde gezogen Kälte und Erbarmungslosigkeit Firon in der umgedrehten Bedeutung ist fair also es ist also also der der wird quasi meine in Kadirs Richtung gescheucht und ähm hat dann und äh Kadir hat sich halt angeschlichen und der hat zeigt ich vor allem das Amulett abzunehmen und dann fällt dann fällt die ganze Szenerie ein wie dieses verängstigte Mädchen dahergelaufen kam wir wie der dieser dumme Junge vermutlich auch daran schuld ist dass die Kutsche durchgegangen ist wie er daran hindert dass eine Seele in Borons Hallen eingehen kann wie er mutwillig das Leben seiner Freunde riskiert die ihm vertrauen und es ihm vollkommen egal zu sein scheint was mit denen passiert weil sich in Gefahr bringen ist eine Sache aber andere Mut will ich in Gefahr bringen und daraus nicht lernen und seinem Freund jetzt auch noch eine vielleicht tödliche Verletzung zugefügt haben da setzt was bei Kadir aus das heißt in dem Moment wo der dann zurück stolpert flüstere ich dann nur gibt es hört er nur ein dummer Junge und dann ziehe ich ihm den Dolch über die Kehle damit wäre ihr Tod gerecht wie du es ihr versprochen hast ja so irgendwie das ist die Intention die du hast ich würde es ein bisschen abändern wenn es okay ist für dich versuchst ihm halt den Dolch ja bitte Xandra möchte nämlich auch noch was machen und zwar möchte ich um die ganze Personengruppe ein Gardial um das heißt hängt an wieder Formeln aufzusprechen und um euch schon bildet sich eine goldene Gruppe um wen um die Gruppe um die Gruppe um alle um alle ja okay ja okay also Kadir wollte dem so das Ding halt um um den Hals ziehen er ruckt so im letzten Augenblick so ein bisschen unerwartet zur Seite und der Dolch steht anstatt über die Kehle geht der halt einmal komplett über die Brust und damit halt auch über das Amulett drüber und es ist quasi so als würdest du durch Wachs schneiden denn das Amulett zerbricht in dem Moment an diesem Dolch also es schimmert der Dolch schimmert einmal so ein bisschen silbrig auf in deiner Hand und dann ist es halt so als würdest du durch Wachs schneiden anstatt durch ein massives Amulett und es zerbricht in zwei Teile und fällt halt kaputt zu Boden ist ja auch eine geweihte Waffe genau richtig ja gut er ist trotzdem extrem schwer verwundert aber vermutlich genau er hat halt jetzt hier so ein Striemen über der Brust und das Ding ist halt nein er schreit dann halt so und versucht das irgendwie wieder zusammenzusetzen und in dem Moment bebt unter euch so ein bisschen die Erde und aus den Splittern des Amuletts heraus kommt ein schwärzlicher Qualm der irgendwie so nach außen trinkt und es manifestiert sich vor euch oh Gott ziehe ich mal meine Axt ne ja ich bin bereits kampfbereit diese Gestalt ach hallo und ja also schaut Kadir jetzt auf jeden Fall mit finster diesen finster glühenden Augen aus dieser Kapuze heraus es ist so leicht durchscheinend und holt dann einmal aus mit dem Arm und schlägt gegen Kadir der einmal mit einer voller Wucht dann irgendwie nach hinten weg fliegt so am fast dann Askir fast mit sich mitreißt aber durch diese Kuppel die um Kadir herum war war der Treffer wahrscheinlich nicht tödlich fliegt an mir vorbei okay Durak nimmt die Ext in die Hand und macht den Sturm die Kuppel löst sich dann auf bei Kadir was ist das überhaupt für eine Kuppel eine goldenschimmerne eine goldenschimmerne Kuppel hat die einen bestimmten Effekt das würde ich gerne wissen die schützt anscheinend ja ich würde gerne ein Sturm an schallach ifridi so jetzt gehen wir mal jetzt gehen wir mal in die Reihenfolge rein weil Durak noch gar nichts gemacht hat jetzt darf als erstes würde ich sagen okay muss ich jetzt eine Karte ziehen in mir ja schauen wir mal was eine Karte macht bei dir oh oh süß ich nehme mit meiner die Liebe und die Leidenschaft zum Kampf lodert in meinen Augen ich nehme mir die Axt in beide Hände drehe sie um dass ich den Hammer als sozusagen für den Angriff nutze und habe im Hinterkopf all die Menschen die gelitten haben wegen dieses Wesens stürme nach vorn schreie mir die Seele aus dem Leib und versuche das Ding mit voller Wucht einfach nur wegzunocken ja okay ja das das Ding ist ein bisschen irritiert von Durak und wendet sich ihm so zu das heißt die anderen können das jetzt vielleicht flankieren oder so und ich würde sagen Aski ist als nächstes dran als Krieger dann mach mal Durak Aski Axanra da schon dann Kadir weil der halt verletzt ist beziehungsweise zurück schleudert es ja ist glaube ich in der Situation relativ leicht zu deuten Aski jetzt für kurzen Moment zurückgeschlagen fasst sich dann doch wieder als die Kreatur ihr Gesicht ihm abwendet packt er sein Schwert in beide Hände zieht mit ein paar schnellen einigermaßen eleganten Schritten rüber zu der Kreatur und fängt wirklich an mit aller Kraft und gleichzeitig auch vielleicht ein bisschen Gewanz die er noch aufbringen kann auf diese Kreatur einzuhacken Hoffnung dass seine Klinge gegen dieses Geschöpf irgendetwas ausrichten kann deine Klinge ist einen mächtigen einen zornvollen und mächtigen Hieb führst du gegen diese geisterhafte Gestalt die ja leicht durchschimmert und ja du schlägst halt und du triffst oder du erwartest vielleicht in dem Augenblick auch gar nicht weil es ja so durchscheint und neblig ist dass du auf einen Widerstand treffen könntest mit dem Schwert du stellst dich innerlich schon darauf ein dass das Schwert einfach so da durchrauscht und das eigentlich nichts ausrichtet und vielleicht hat Askel sogar ein bisschen Angst davor dieses unwirkliche unheimliche Wesen was ja irgendwie vor Magie strotzt was Askel ja auch ein bisschen Suspekt ist oder so nicht mag oder so vielleicht hast du da sogar irgendwas in dir im Hinterkopf hat vielleicht sogar Angst davor dass das genau passiert aber nein das passiert eben genau nicht sondern es trifft auf einen Widerstand und das Ding heult schwer auf als dein Schwertieb es stark in der Seite trifft und das bringt dich vielleicht aber deswegen weil du erwartet hast das durchziehen zu können einen Ticken aus dem aus dem aus dem aus dem Gleichgewicht du kannst ja gucken was du damit gleich machst also oder ob das kannst du natürlich auch widersprechen aber ich finde es eigentlich eine ganz cool beschriebene Sache so und dann ist Xandradash dran Ja Xandradash wird jetzt wieder Arkane Formeln vor sich hin brabbeln er fängt an zu flimmern und er fängt an sich unnatürlich schnell zu bewegen nimmt seinen Zauberstab in die Hand und wird sich auch auf diesen Geist stürzen die Kuppe um uns rum ist übrigens ein Magiezauberschutz der magischen Schaden abfängt falls das hat Kardir gerade ziemlich gerettet ja ok sehr schön also bevor du zu viel beschreibst von deiner Aktion zieh erst eine Karte und beschreib die Aktion danach weil es ist einfacher also es ist für dich einfacher ja ich hab ja das passt doch sehr gut ähm ja flimmernd und extrem schnell ähm springt Xandradash auf dieses Vieh zu und fängt an ihn mit Schlägen aus seinem magischen Stab zu behageln wo jeder Schlag auch so ein bisschen so mit magischer Energie aufblitzt und funkelt ja du deine Gestalt verschwimmt ein bisschen weil du so schnell unterwegs bist so schnell hat man einen Zwerg noch nicht laufen sehen und du umrundest diese Gestalt dann läufst halt um es rum und versuchst eine Schwachstelle zu finden erforscht quasi die Bewegung versuchst genau auszurechnen wo es sich als nächstes hinbewegt und wo du deinen Schlag am besten platzieren kannst siehst dann wie Ask hier den Schwerthieb einmal ansetzt das Ding so aufheult und in genau dem Augenblick denkst du dir jetzt wenn ich jetzt von der anderen Seite reinhaue dann müssten wir es zerquetschen können und dann ist der Magierstab glüht in einer großen Fontäne auf und du triffst es genau auf der anderen Seite und vielleicht treffen sich innen nach irgendeinem Schwert und Stab innen sodass sie gegeneinander prallen in dem Geschöpf es heult auf und für einen kurzen Augenblick zerstiebt es in zwei Gestalten und dann ist Kadir dran dann ziehe ich erstmal eine Karte ich habe jetzt mehrere Ideen gerade das ist aber mit Firun oder jetzt schlägst du dem Kling und die Kehle auf ja dann erinnert sich Kadir an die Zeit als Straßenkind von Fasar wo er nur Erbarmungslosigkeit Kälte und Rücksichtslosigkeit erlebt hat und wie er sich nur Gehör verschaffen konnte indem er Gewalt angewendet hat und indem sie gemeinsam eine andere Bande ausgeschaltet haben etwas für das er sich eigentlich irgendwo schämt aber es verleiht ihm das was er damals gefühlt und gebraucht hat um zu überleben und er nimmt jetzt den Dolch zieht noch einen Wurf durch dazu und ruft alt thulamidische Bandsprüche die zwar keine Wirkung zeigen werden weil er kein Pryos geweihter ist aber die dem Wesen vielleicht tatsächlich sowas wie Angst einjagen sollen wenn er die alten Namen benutzt und stürzt sich dann wie ein Berserker mit beiden Dolchen drauf und wird anfangen zu hacken die anderen hatten alle ein goldenes Schild um sich als sie es attackiert hatten Kadir dieses mal nicht und als er auf das Ding los springt und auf es einhackt voller Erbarmungslosigkeit und voll diesem Hass in sich um es um es kaputt zu stechen schiebt ja gerade so auseinander von den beiden Sachen getroffen und dein Dolch und deine Arme auf dieses Ding eintreffen und es quasi berühren fängt an deine Haut und deine Hand zu kribbeln zuerst lösen sich deine Dolche in der Hand einfach auf als du das Ding irgendwie triffst und dann hast du gerade noch Glück dass du sie vielleicht rechtzeitig aus der Hand fallen lässt als das dritte vierte fünfte mal eingestochen hast und es dann erst bemerkst als und dann ist das Ding dran und es setzt sich neben es setzt sich nicht mehr zusammen sondern aus diesen zwei teilen werden zwei einzelne gestalten die nun irgendwie separat agieren und um sich schlagen und Gott sei Dank weil ihr es gerade so aktiv angegriffen hat kann es diese runde dann nicht mehr so viel an effektives machen es sind allerdings jetzt zwei kleinere gestalten anstand vor und durack wäre wieder dran ja ich sehe deine geste nur wenn ich aber eigentlich jetzt wer kann das könnte es schwäche benutzen Feigheit vielleicht macht ihr das gerade Angst ach ich sehe da auch Blutrausch was ja gerade gesehen was der Hass an Sturm von Kadir was das machen kann aber blutrausch blutrausch nimmt blutrausch Ihr seht diese goldene Kuppel um Durak aufleuchten, bei jedem Schlag so, und man sieht es quasi, also wenn man ihn beobachten würde, ihr seid ja alle im Kampf verwickelt und habt da kein Auge für, aber man sieht quasi, wie mit jedem Schlag, jedem Schlag diese Kuppel ein bisschen kleiner und schwächer wird, und dann ein bisschen besser, ich spring sozusagen auf die Brust, die sind ja jetzt etwas kleiner, ich würde sozusagen auf ihn drauf springen, so auf seine Brust und immer schön auf sein Gesicht einhämmern. Ja, und tatsächlich schaffst du es, es niederzuhämmern und du stehst jetzt quasi auf diesem Ding, du hast es tatsächlich getroffen und Widerstand gespürt, es zu Boden gedrückt, das eine von den beiden, und schlägst immer von oben und wie gesagt, dieses Schimmern wird immer schwächer, immer schwächer, immer schwächer, und dann auf einmal steht er halt bis zum Hall, also bis zum Zwergenhals in diesem Nebel von der Gestalt drin, als die Kuppel aufhört zu existieren. Und das Kier dran ist. Also das Ding ist am Boden, also du hast es ja niedergehämmert. Ich kann nur nicht die Unterpunkte lesen. Fruchtbarkeit, Blüte, Gesundheit, gar Geben, Saat, Erde, Lebendigkeit, Heilkunst, Innere Ruhe, Natur, Verantwortung, Alchemie, Früchte, Stimulation, Belohnung, 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 gegen das, ja, gegen das Geschöpf, gegengeschmissen hat, vermutlich auch auf dem glitschigen Boden, der ein bisschen das Rutschen kam und seitlich dagegen prallte. Ja. Ist er vor allem in dem Moment, als diese Kreatur halt praktisch um ihn herum aufbricht, er steht ja direkt daneben und die beiden Gestalten niedersinken, stolpert er weg und sucht offenbar etwas verstört und mit nach Hilfe suchendem Blick den Magier, auch verbunden natürlich damit, dass er merkt, dass diese Schutzkuppel, die er irgendwas gebracht haben muss, langsam um ihn herum zusammenbricht und stolpert erst mal weg aus dem Kampf in der Hoffnung, sich irgendwie etwas erholen zu können von dem Zwischenprall mit der Kreatur vor ihm, zumal ihm die schwer verletzte Kreatur um einiges besser gefallen hat, als zwei wieder scheinbar vollkommen gesunde, die sich ihm dort entgegenstellen. Ja. So zieht er sich erst mal zurück. Okay, du machst einen Schritt zurück und gehst in seine Verteidigungshaltung. Versuchst du ein bisschen zu Xandradasht hinüber zu kommen. Das gibt Ask hier natürlich jetzt auch die Möglichkeiten, in dieser Kampfsekunde sich einen Überblick zu verschaffen über das, was halt Durak gesehen wie er die eine Gestalt halt niedergerungen hat und ihn jetzt in ihr drinsteht und wie die Kuppel halt erlischt. Und könntest halt jetzt vielleicht, könntest du ihn retten jetzt in dieser Situation, indem du eben irgendwie so irgendwie weg-tackelst oder so, dass er dann nicht mehr drinsteht. Also als Möglichkeit, das jetzt zu interpretieren. Ja. Ansonsten würde er jetzt, wenn er da drin stehen bleibt, wenn das, was mit Kadir passiert ist, so mit ihm passiert, dann würde er sich von unten auflösen. Da wir sich schon mal spalten konnten, würde meine entweder überlegen, ihn wegzureißen oder die Kreatur praktisch irgendwie noch rum aufzuschneiden, bevor da Schlimmeres passiert. Also ich überlasse dich dir. Deine Kuppel ist noch intakt. Ich freie dich da weg mit dem Blutrausch. Also musst du mich schon irgendwie da wegziehen wahrscheinlich. Ich zieh dich da weg. Okay. Packst du ihn am Schlawittchen und ziehst du ihn raus oder schneidest du jetzt in die Kreatur rein? Äh, ich packe ihn. Okay. Du ziehst ihn halt hinten am Schlawittchen. Gurak merkt halt hier hinten. Und Xandradash ist dran. Und er schwingt immer noch mit der Axt. Genau. Ja. Hm. Gut. Ich hab mir überlegt zu helfen, aber nee. Ich glaub, äh, diese Karte sagt mir jetzt gerade, was sagt sie mir denn? Sagt ihr Jirzorn? Ja, genau. Die sagt mir jetzt nämlich Jirzorn. Jetzt wird Zerstörung. Reißende Ströme. Okay. Ähm. Xandradash murmelt einen weiteren Zauber. Ähm. Ähm, dieses Mal wird der extrem schnelle Zwerg, der irgendwie fast überall zu sein scheint, an drei Stellen gleichzeitig sein. Das heißt, er teilt sich jetzt irgendwie dreimal. Und, ja, es ist jetzt kein direkter Blutrausch, aber der wird auch schon eher so, also die ganze Zeit war ja eigentlich eher so der ruhigere Pol der Gruppe, nachdenklich. Das scheint irgendwie weg zu sein. Der ist jetzt auch gerade so ein klein wenig im Zerstörungswahn und fängt an, jetzt auch, ähm, alle beide Kreaturen gleichzeitig irgendwie anzugreifen. Rechts, ein magischer Stein. Rechts, ein links, genau. Rechts, ein links. Ja, es sind ja noch zwei andere da. Dadurch, dass du deine Attacken aufteilst, ist es natürlich weniger Schaden, den du an einer Kreatur ausrichtest. Das heißt, ähm, die Kreatur, die jetzt unter Durak, halt unter Duraks Schlägen schon ziemlich gelitten hat, wird blasser. Du siehst das ganz deutlich unter deinem Stab heben. Die goldene Kuppel um dich rum, äh, schimmert auch auf mit jedem Schlag, den du, äh, ihm versetzt und, äh, wird immer schwächer und immer schwächer, während die andere das noch halbwegs ganz gut irgendwie versucht mit den Schattenarmen irgendwie zu parieren und, ähm, dann einmal so einen kompletten Schlag nach Xandradash ausführt und, äh, ja, ein, eine, ein, einmal so diesen Arm um, quasi, wenn diese Kuppel nicht gewesen wäre, wäre sie einmal so durch dich durch und das ist halt fast Xandradash, wenn ich jetzt die Karte auch mal für die Kreatur interpretiere, so eine innere Kälte, die, ähm, die ihn so zittern lässt schon fast und die Kuppel um dich herum flammt auf und ist in dem Augenblick, äh, erloschen und du fühlst halt diese, diese Pranke, die sich ein bisschen nach unten drückt und hast halt Glück, dass die Kreatur eine von diesen Gestalten rechts von dir als Hauptziel ausgewählt hat und, äh, nicht dich sofort, äh, attackiert, mit voller Wucht attackieren konnte. Ja, und die andere Gestalt löst sich dann auch sofort auf. Genau, ja. Also die Kuppel ist, von dir ist weg und halt die eine von den Gestalten ist weg und Kadir ist wieder dran. Sie ist halt gesehen, wie Askir Durak aus diesem Ding rausgezogen hat. Das eine ist am Boden, fast, fast komplett verblasst und das andere, äh, drischt auf Xandradash Dreifaltigkeit ein. Was jetzt nur reine Zweifaltigkeit ist. Oh, das ist ganz schön, finde ich. Ja, ich überlege gerade, ähm, okay, ähm, warte mal, hab ich da, hab ich da, ups. Ich bin jetzt verletzt, ne? Ja, nicht schwer, also, ne? Nee, nee, aber, ne, es ist halt, er hat halt gemerkt, dass... Die Dolche sind halt weg, das ist das größte Problem wahrscheinlich für Kadir. Ja, in dem Moment ja, und die Hände tun halt weh und der erschreckt sich eigentlich selber davor, weil er eigentlich nicht so impulsiv ist, wie er in seiner Jugend war. Und, ähm, er sieht halt so seine, seine Gefährten, die sich quasi so halb links und rechts in den Blutrausch reinsteigern und überhaupt nicht mehr logisch nachdenken. Nur Askir ist gerade ein bisschen gesettelter und hat das ein bisschen durchblickt, was hier läuft. Ist auch der Einzige, der noch seine Kuppel hat. Immer diese Zwerge mit ihrem Blutrausch. Wut bringt euch nicht weiter. Ihr müsst zusammenarbeiten. Denkt taktisch. Denkt als Einheit. Denkt wie ein Soldat. Mhm. Und dann würde ich halt, äh, anfangen, ähm, da ich jetzt selber keine Waffe mehr habe und den Dämon nicht mit bloßen Händen ergreifen will oder den Geist oder was auch immer, ich weiß es ja nicht genau, ähm, würde ich tatsächlich, ähm, für meine Gefährten beten und, äh, allen parallel einen Glückssegen verpassen. Mhm. Gut. Ich denke, das ist mit, mit der aufrechten Karte auch ganz gut, äh, durchführbar. Das heißt, ihr, ihr könnt jetzt bei eurer nächsten Aktion mal davon ausgehen, dass jetzt eure, eure, äh, Glück zunimmt, wenn ihr irgendwas habt. Mhm. Und könnt dann das in dem, eure Beschreibung mit einpflichten. Und, ähm, ja, dann ist, äh, Durak wieder dran. Du hast ja nach hinten weggezogen von Askir. Werfen wir jetzt erstmal hier ein neues Kratzchen. Hast du in das Kommando von Kadir gehört und schon wieder Firun, den habt ihr lieb heute. Ich glaube, ich kann keine Rücksicht drauf nehmen. Immerhin kein Blutrausch. Ich kann auch kalt taktisch. Du könntest das, du könntest das behäbig nehmen und halt irgendwie aus dem Blutrausch so ein bisschen... Wer hat denn jetzt noch eine goldene Kuppel? Nur Askir. Tja, der ist direkt neben mir, ne? Ja, ich greife Askir und schmeiße ihn Richtung dieses Fies. Bring es um! Also du greifst nach Askir und wirfst Askir. Du versuchst... Wo, Askir, ich wähle dich! Stichattacke! Also ich interpretiere das jetzt mal als ein Schubsen, eher als ein Werfen, weil ein Zwerg, der einen Menschen wirft, ist ein bisschen meidenartig. Aber ich denke, ein Schubsen oder sowas kriegst du auf jeden Fall irgendwie gebacken. Ja, ich will dich auf jeden Fall nach vorn befördern, also nach dem Motto, du hast die Freund mit dir! Genau, also das kann Askir, ist ja jetzt gleich dran, auch mal in seine Beschreibung gleich mit einpflegen. Mal gucken, ja. Aber du attackierst das Ding damit nicht, ja. Also Askir hat Glück und wird geschubst und zieht eine Karte. Ich habe noch eine Wurf-Axt am Gürtel, die würde ich noch gerne hinterher... Also nicht auf Askir, sondern auf das Weg, sodass ich wenigstens noch etwas mache, außer ihn hinschipsen. Askir will einfach mal eine Karte ziehen und gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, denke ich auch. Tut mir leid, mein Freund. Mit Glück nach vorne geschubst. Uh, 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 uh. Oh, 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 oh. Also besser kann es ja kaum laufen. Verrat, verrat! Töte Durak! Nein, ich glaube, wir haben die Erfälle vorbeinsteigen. Nimm mich, Geist! Fahre in mich! Naja. Also ich schub sie nach vorne, bring es um und dann sehe ich sowas wie, okay, Gemetzel, Tod, Verderben. Das kann nur gut jetzt werden. Ja, ich bin gespannt. Erzähl. Askir, äh, glücklich, äh, nach vorne gestoßen, äh, wenn man das zusammenpasst. Ja, äh, es ist natürlich entsprechend äußerst überrascht davon, dass er gerade von Durak, der eigentlich zu retten glaubte, nach vorne ins Verderben hineingestoßen wird. Mhm. Äh, ja, Blut, äh, ich weiß nicht, zumindest mit gezogener Klinge stolpert er nach vorne allerdings eher völlig überrascht und panisch davon, was passiert ist und versucht, wenn dieser Geist jetzt wieder vor ihm so anfängt, sich vom Boden aufzuraffen und aufzuheben, im Grunde die gleiche Aktion in die umgekehrte Richtung. Das heißt, er stolpert so halb an dem Geist entlang und versucht, ihn mit seiner Klinge herum auf Durak zurückzustoßen, um zumindest sich selbst so einigermaßen vor der, vor der nächsten Angriff dieses Geistes zu retten, wenn ihm das irgendwie noch durch Glück gelingen kann. Mhm. Ja, beschreib mal, wie der Angriff aussieht und welches von den beiden Gestalten, also die, die schon so fast aufgelöst war am Boden, hast du ja gerade beschrieben, wie sie sich wieder aufrappelt. Genau, diese, wenn die sich wieder aufrappelt, zieht er das Schwert und so, das, was er eigentlich eben machen wollte mit der flachen Seite, stößt er die in die Seite und reißt die noch im Schwung nach hinten rum und versucht irgendwie hinter sich zu hieven, soweit ihm das noch dort gelingen kann. Ja, also ich würde sagen, dein Schwerthieb greift irgendwie mit dieser goldene Kuppel, die noch um dich herum ist, nach diesem Ding und fügt ihm ordentlich Schaden zu. Die Kuppel glüht auf und du schaffst es mit einem glücklichen Hieb gegen den Kopf des Wesens, ja, ihm den immateriellen Kopf quasi auch mal abzuspalten. Es war eh schon ziemlich angegriffen, das Ding. Und jetzt löst es sich komplett in alle Einzelteile auf und zerstiebt so unter deinem, hinter deinem Hieb in so mehrere kleine Rauchwölkchen, die dann langsam verschwinden und es riecht eklig nach, ja, Schwefel und Niederhöhen und, ja. Das andere Wesen ist allerdings noch da. Aski hat das erste jetzt getötet und hat sogar noch seine Kuppel, weil er Glück hat. Man hört einen wütenden Ruf irgendwo aus diesem Pantikelnebel heraus. Genau, Xandradash. Ja, eine Gestalt ist weg. Mikrophilie. Oh, nö, oder? Angst vor dem Tod. Schrecken, endgültiges Ende. Oh, scheiße. Aber er hat halt auch eine Leichenflatterei. Stände ihn aber jetzt tot. Und vielleicht, weil der gerade hat... Ja, gut. Zaubern kann er auf jeden Fall nicht mehr. Besteht ja Schweigen, oder? Ja, du musst es ja interpretieren. Interpretieren, nicht alles. Ja, stimmt, stimmt, stimmt auch. Genau, wie ich das... Also da kann man jetzt auch... Könntest ganz viel damit machen. Könntest auch einen Charaktertod machen damit, wenn du wolltest. Umdrehen, wegrennen. Wäre jetzt ein Mario aus Brabac? Das ist ja das Schöne an... Du lächelst. Das ist ja das Schöne an diesen Karten. Man kann da sehr, 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 sehr viel mit machen. Es ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da so eine kleine Pause zwischen... Ihr könnt ihm auch helfen, wenn ihr irgendwie wollt. Ja, ich bin selbst am Überlegen. Aber Nekrophilie ist schon... Eklig, ja. Er könnte versuchen, dieses Wesen zu betören. Vielleicht. Nekromantische Zauber kannst du aber nicht, oder? Nee, ich hab halt geguckt, ob ich irgendwas in der Richtung habe. Oder mit der jetzt Angst vor den Viechern bekommen. Was ist sicher? Ja, das ist auch, denke ich mal, das Sinnvollste, dass Xandradasch aus seinem Blutrausch, aus seinem Gehacke, irgendwann das doch ihm zu unheimlich wird. Und er eigentlich zurückspringt und sich erstmal zurückziehen wird. Weil eben das doch dieses Frösteln, was eben da durch seine Knochen ging, es war ihm dann doch ein bisschen zu viel und deswegen springt er erstmal zurück und nimmt eine Verteidigungshaltung ein. Vielleicht auch so ein bisschen keuchend oder so. Vielleicht merkst du jetzt langsam auch, wie die astrale Kraft an deinem Körper zehrt. Ja. Und dann erstmal realisieren, was da für ein Unding da irgendwie auf euch eintrischt und so. Und dass Kadir schon seine Waffen verloren hat, dass Durak irgendwie gegen Askyr vorgeht, der irgendwie nur mit seiner kämpferischen Gewandtheit das Ding noch irgendwie attackieren konnte. Was ich aber tun werde, ist, ich schmeiße meinen Zauberstab Kadir hin. Okay. Hm. Ja. Gut. Und als letztes ist dann Kadir tatsächlich dran. Zauberstab fliegt durch die Luft. Ha! Ha! Oh Gott. Oh nein. Ignorant. Es ist T-Sinde umgedreht, nicht? Wahnsinn. Missinterpretation. Dummheit. Also vorhin war es noch Intelligenz, ne? Schädliche Magie. Oh Scheiße. Es ist irgendwie schön. Das muss ich da ganz kurz überlegen. Schädliche Magie und Gefahr. Ich sehe schon, ihr habt ja Spaß dran. Das ist echt cool. Das macht Spaß. Ja. Das ist echt super. Man ist nicht so abhängig von den Würfeln und kann sich tatsächlich ein bisschen kreativ austoben bei der ganzen Geschichte. Das ist schön. Könnte man vielleicht, äh, naja auch in der Geschichte selbst öfters benutzen. Das Amulett ist zerstört, ne? Ja. Das ist in zwei Teile geschnitten. Okay, dann, ähm, nimmt er sein Fuchs-Amulett ab und wickelt das um den Stab. Mhm. Ja, ja, mach weiter. Ich ahne Böses. Wie kommst du darauf? Ähm, weil ich versetze jetzt gerade logisch was aus. Ach. Aber, er weiß, dass Hesinde und Fax gut zusammenarbeiten. Ja. Er hat keine Ahnung von Magiern. Er hat eigentlich keine Ahnung von Magie. Aber für ihn ist es in dem Moment einfach logisch als Überreaktion, also als Panikreaktion, dass es doch funktionieren muss, wenn er den Stab eines Magiers in den Händen hält, dass er sein Amulett dranhängt, dass er quasi dann magisch geweihten Schaden verursacht. Und dann greift er mit dem Stab wieder an. Ja, ähm, da das Ding jetzt dran ist, kann ich das auch schön dann beschreiben. Der Stab löst sich gleich auch. Nein, der Stab ist ja unzerstörbar, ist ein Magierstab. Also, ähm, äh, ja, du greifst, der Stab dringend irgendwie, also, äh, durch die, durch die verteidigend abwehrende, äh, ähm, Schemenhand von dem Ding tatsächlich durch, trifft das Ding dann irgendwie so, noch hier so im Körper. Ja, es heult auch auf. Allerdings greift es dann mit der, mit der Hand, weil du hast das ja so geschlagen und, ne, das heißt, die Hand ist dann nah an deinem Körper, greift es dir so an den Arm. Und es ist so ein bisschen, als wäre, wer würde dein Arm halt verbrennen in dem Augenblick. Es ist so, es ist so eine Kälteverbrennung, die halt dann an deinem Arm irgendwie ist. Und Kadir kriegt, äh, ein, ihr hört einen kadirischen, äh, Schmerzens, äh, Aufschrei. Und Amulett und Stabfallen zum Boden, weil das kann man dann nicht mehr festhalten. Das war schön. Durak. Oh, hey. Also, schade, was ich kriege. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Sehr schön. Ähm, das ist so. Uh, sehr schön. Mhm. Äh, kann es sein, dass in der Nähe vielleicht... Wachen mittlerweile angekommen sind? Ich denke, der in den Kampf stehen kann? Schade. Aber gut, beschreib einfach. Wenn du meinst, da müssten Wachen sein, dann beschreib die Wachen angestorben. Dann kommen Wachen. Wir kämpfen dir jetzt schon in ein paar Runden. Es kann ja sein, dass da zwei, drei, vier Wachen ankommen. Ich bin ja ehemaliger Offizier. Ich geb dir zwei Büttelwachen. Zwei ganz junge, die, äh, im Apfelhallen Patrouille schieben. Und Feuerknutschen bahn. Genau. Okay, ähm, ja. Was machst du mit denen? Ja, das weiß ich noch nicht genau. Blut für den Blut, go! Falsches Spiel. Falscher Gott. Aski ist ein normaler Mensch, ne? Aski ist ein Mensch, ja. Ja. Kadja auch. Alles, was auf ihr endet. Okay, ich, 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 ich rufe den Zweien zu. Wollt ihr Helden werden? Dann folgt mir! Und stürme wieder auf dieses Ding zu. Beziehungsweise das übrig gebliebene. Und schlage erneut, wie ihr will, drauf ein. Und die zwei, hoffe ich mal, die zwei Büttelwachen stehen mir an der Seite und greifen es ebenfalls unbeholfen an. Aber immerhin. Ja, okay. Dann werden die nochmal zusätzlich für Ablenkung sorgen auf jeden Fall und mit ein paar unbeholfenen Büttel-Jungen-Attacken attackieren. Ja, ich meine, Korren-Bauernopfer, das ist jetzt so passiert. Ich muss das irgendwie sagen. Aski, der Einzige mit schimmernder Kuppel um sich herum. Man weiß nicht, warum, aber. Der Einzige, der hier normal agiert. Wobei er. Frevel und Verbannung. Freiheitsentzug. Katastrophe. Katastrophe. Schande, ungehorsam, narre Teil, Gedankenlosigkeit. Oh Gott. Indiskretion. Du Doofkopp. Ja, es geht tatsächlich vermutlich sogar in eine ähnliche Richtung. Das letzte war ja, dass ein gewisser Durak ihn mitten ins Verderben schubsen wollte, aus dem er sich nur aus eigenem Können herausreppen konnte. Was der Einzige, der noch schubs hatte. Das nimmt Aski, so schätze ich, ihm immer noch ein bisschen übel. Und gerade mit seinem letzten Kampfruf springt Aski auf, stürmt Durak scheinbar in Befolgung seines Befehls hinterher, um sich seinem Kampf anzuschließen. Und in einer Mischung aus Schock, aus Wut und einer gewissen Gedankenlosigkeit stürzt der Durak von hinten in den Rücken. Was bei der Größe eher bedeutet, dass der Durak von hinten einigermaßen umlaufen würde. Und sie so beide gemeinsam sehr schnell und sehr unelegant ins weitere Gefecht befördert werden. Also er rennt Durak einfach von hinten an und beide stürzen gemeinsam. Stürzen auf das Ding ein, ja. Stürzen auf das Ding drauf. Ja, Aski hat ja noch einen Schutz, den er jetzt verliert dadurch. Durak hingegen hat keinen Schutz und spürt dann jetzt auch diese Kälte in sich auf Alarm. Und auch du diese Brand in dir drin, irgendwie als würde dein ganzer Körper anfangen zu brennen, als du durch dieses Ding durchstolperst. Und Xandradasch ist dran. Okay, dann zieht Xandradasch mal eine Karte. Kann man mal machen. Nein, du Pestilenz. Das wird echt nicht mehr besser für uns. Also am Anfang hatten wir die geilsten Karten, jetzt gibt es die ganzen Karten. Es gibt auch schlechte Karten. Das wäre auch zu einfach gewesen. Das ist doch eigentlich voll geil. So, was haben wir denn hier? Krankheitssichtum, Geschwür, Eiter und Ekel. Und Pestilenz. Verdorben, Hunger, Gift, solche Schöne. Ich meine, du hast jetzt zwei Leute, die auch ordentlich unter Leid, also es passt, auf irgendeiner Art und Weise ist es gerade sehr passend für die Situation. Verschwendung. Ich habe halt nur eine ganz böse Idee, aber... Ihr sagt ruhig, ihr könnt euch gegenseitig gerne sagen. Ich weiß nicht, ob ihr das vorher geklärt habt, aber du kannst theoretisch als Magier, wenn dir die astrale Kraft ausgeht, auch mit Blut zaubern. Ah, ja, cool. Gute Idee. Das ist also quasi Verschwendung. Ja, die Sache ist halt, ich habe halt nicht viele Kampfzauber, also wenn ich jetzt irgendwie so einen coolen Kampfzauber hätte, wäre das nicht so das Problem. Habe ich leider nicht. Muss man mit seinem eigenen Blut zaubern oder geht das auch mit anderem? Ich habe da zwei zufällig Soldaten, die voll mit Bärlich kämen könnten. Sie haben theoretisch auch noch eine Leiche auf dem Boden liegen. Ja, gestorben ist noch keiner. Storben? Ah, okay. Er ist nur leicht aufgeschlitzt, aber... Umblutet vermutlich. Lass mich nochmal auf die Zauberliste gucken, ob mir was einfällt. Du hattest mir die in den Discord geschickt, ne? Genau. Daher könnte man ja durchaus mit dem Blut anderer Zaubern, wenn das geht. Ansonsten halt nochmal diesen Verdopplungsding oder diesen, wenn du keinen direkten Kampfzauber hast. Ich habe eine coole Idee, aber ich weiß nicht, ob du das... Also du könntest jetzt natürlich, weil das jetzt halt auch eine negative Karte ist, Mord und Herausreißen nehmen, tatsächlich. Ja. Du könntest nach vorne springen. Du könntest also bisher irgendwie auch doppelt und so. Dann wird es sich schwer verteidigen können. Du könntest es umklammern, dadurch dir ohne Ende ja selber schaden und in dem Augenblick den Transversalis sprechen und dich einfach in den Limbos teleportieren. Und dann? Dann wärst du mit dir, mit dem Geschöpf halt im Limbos gefangen. Aber hättest du es halt aus der Wirklichkeit gebannt. Ja, das passt dazu. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir. Nimmt es mich mit? Ich hoffe nicht. Nein. Also nur das, was er berührt. Genau. Also Xandra da stürmt vor. Nimmt sich unterwegs noch seinen Stab mit. Versucht, ne? Springt das Vieh an. Versucht mit dem Stab das Ding zu umschlingen. Ihr merkt, wie er schon sichtlich am Keuchen und am Schwitzen und eigentlich schon Blut am Schwitzen ist und schon Blut aus Nasen und Ohren tropft. Und er spricht wieder irgendwelche Formeln, arkanen Formeln. Es fängt an zu flimmern und irgendwie, ja, erscheint plötzlich so ein Lichtblitz und die sind weg. Die sind verschwunden. Oh, danke fürs Koala-Kraulen. Ja, Askyr, also Durak liegt auf dem Boden, da wurde er von Askyr nach vorne getrieben. Die beiden Büttel stehen nach Höhe. Kadir auch mit offenem Mund steht da, weil irgendwie ist es sehr, also es ist ruhig. Keiner redet mehr, keine Vögel sind zu hören, kein gar nichts. Xandradash ist weg. Dieses Wesen ist weg. Es ist einfach nur still. Das Einzige, was man hört, ist das Schnaufen von Durak und Askyr, die halt auch im Kampf waren. Und Kadir vielleicht noch ein bisschen dieses... Und damit sind wir aus dem Kampf wieder raus. Denn ihr habt das Vieh besiegt. Ja. Scheiße, mein Auftraggeber ist weg. Besiegt. Das Einzige, was von dem übergeblieben ist, ist der Magierstab mit dem Fex-Amulett rum. Der auf dem Boden liegt. Wieder ein schönes Symbol. Ja, ist hier noch nicht so ganz begriffen, was passiert ist. Ich würde sagen, auch mit Blick auf die Uhr können wir das mal ein bisschen raffend zusammenfassen. Wir haben ja schon fast Mitternacht. Ja, also, ich finde die Aktion ist mega geil und mega cool für so ein Ende. Gerade für so ein One-Shot. Ja, irgendwie auch dieses Überbleibsel, dass der Stab noch da ist, vielleicht noch so eine Verbindung ist. Den würde ich gerne an mich nehmen. Mit einem traurigen Gesichtsausdruck. Man könnte ihn zur Akademie bringen. Wer weiß, was mit Xandradasch im Limbus passiert. Es gibt schon viele Menschen, die im Limbus verschwunden sind und da Erlebnisse hatten und auch wieder zurückgefunden haben. Allerdings ist es, naja. Ich weiß nicht, ob Durak, Askir und Kadir davon wissen. Ja, ich sag jetzt einfach mal wieder. Die musste ich Abschied von einem Freund nehmen. Passt super zu Duraks Hintergrundgeschichte, ja, genau. Zu Askir ist irgendwie auch ein bisschen. Und ja, die Büttel werden die beiden Jungen gefangen nehmen, weil ihr sie wahrscheinlich auch darauf hinweist, was die gemacht haben. Und ja, die Beute findet man tatsächlich dann in einem von dem Magier angemieteten Lagerhaus, wo Halro die versteckt hat. Und teilweise haben sie die schon zu Geld gemacht. Und ja, um die Spielschulden von Eslams Familie und die anderen Sachen von Eirikis Familie. Habt ihr jetzt noch gar nicht so viel mitbekommen, aber auch die waren ein Geldproblem, dafür zu sorgen, dass die, ja, hinter, in den Karzer hat der Kadir gegeben gesagt kommen. Und ja, das Einzige ist jetzt die Frage an euch, ob ihr mit Eslams ein bisschen milder ins Gericht geht, weil er versucht hat, am Ende ein Ende zu machen, oder ob er ihn vollständig in voller Wucht dem Gesetz ausliefert. Also von Kadir aus würde er da schon mildernd eingreifen, weil er ja versucht hat, ihn aufzuhalten. Zum Schluss hat er gesehen, was das wirklich bedeutet. Und er würde auf jeden Fall versuchen, Durak und vielleicht auch Askir zu überreden, entweder zur Akademie in Torwahl zu gehen und halt zu der Akademie, die er halt kennt in Fasar, also jemand, der sich mit Spherologie auskennt, um Sandra Dasch zurückzuholen. Also ich würde zumindest den Stab dorthin bringen. Vielleicht können Sie damit was anfangen. Also das wird er machen, weil das dann das große neue Fechstensstück ist und dass er das hier aufgeklärt hat, könnte ihn rehabilitieren. Naja, wir werden ihm noch jede Menge Artefakte mitnehmen wahrscheinlich. Ja, die Xanra Dasch gekauft hat, genau. Ja, also die werden dann natürlich verurteilt und werden transportiert halt auch in die nächstgrößere Stadt zum nächsten Prajos-Tempel, der sich dann damit auf jeden Fall befassen muss. Auch die Boron-Kirche wird Interesse daran haben, weil es um Geisterbeschwörung ging und so. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ihr die Diebesnacht aufgeklärt habt. Gelegenheit macht Diebe, hieß das Abenteuer. Ist nicht ganz auf eigenem Mist gewachsen, sondern ist entnommen von einer Folge aus der TV-Serie Dresden Files, falls die jemand kennt. Und ja, aber ich fand das so gut, dass man es irgendwie, was ich jetzt schon, das dritte Mal gespielt habe. Einmal schon mit einer anderen Runde On-Lear und meiner Tischrunde und es hat jedes Mal eigentlich ganz gut funktioniert. Eine Frage hätte ich noch. Ja. Was hatte es mit dem Kutscher und dem Schleim auf sich? Ja, das hatten wir jetzt gar nicht mehr. Der Geist zieht ja Lebensenergie und dadurch, dass die Gruppe halt abwechselnd halt immer diese Einbrüche begangen hat, hat der Geist sehr viel Lebensenergie schon gesammelt und hatte schon genug Kraft, sich zu manifestieren. Noch nicht ganz, um wieder ins Leben zu kommen. Dadurch hätte, davon hätte er, äh, Heiro noch, äh, töten müssen. Ähm, aber, ähm, äh, also er konnte schon frei irgendwo eigenständig rumlaufen und als Nela, äh, ähm, die Söldner anheuern wollte und damit gedroht hat, auch, äh, die ganze Sache auffliegen zu lassen, hat der Geist einfach, äh, weil er das verhindern wollte, weil die, ne, die, die Diebesreihe muss weitergehen, damit er weiter Lebensenergie gesammeln kann. Hat er beschlossen, ähm, den Kutscher zu besetzen und sie über den Haufen zu fahren und das wie ein Unfall aussehen zu lassen. Und weil er sich nicht ewig halten kann in der Sphäre, hat er den Kutscher einfach umgebracht und ist dann zurück in das Amulett gekehrt. Ja. Okay, verstehe. Danke. Macht Sinn. Ist jetzt aber auch nichts, was man IT gut rauskriegen kann, also, ja. Ich meine, ich hatte mir schon... Wir mussten, wir mussten natürlich auch sehr viel, sehr, sehr rushen, äh, man hätte jetzt noch Nachforschungen anstellen können, was genau dieses Amulett macht und alles mögliche, pipapo und so. Wir haben am Ende ja noch sehr viel gerusht und wäre es vielleicht auch irgendwann klarer gewesen, was mit dem Kutscher ist. Ähm, allerdings, äh, ist es ja ein One-Shot und wir wollen ihn ja auch irgendwann durchkriegen. Macht Sinn. Genau, also, ich hab, äh, mitgenommen, ihr habt, äh, irgendwie, äh, dieses Kartensystem ganz, äh, ganz cool gefunden jetzt am Ende. Ähm, das freut mich, weil ich da auch sehr, sehr viel, weil ich da auch sehr viel Spaß dran habe. Ähm, also, ich find's sehr, sehr cool. Ich muss sagen, ich find's echt besser als für, vor allem für den Kampf. Ähm, ich würde noch gerne einen Vorschlag dahingehend machen. Ja. Über das Abenteuer selbst, also im Kampf aber ausgenommen, haben wir das, glaube ich, jetzt bloß ein- oder zweimal benutzt. So. Irgendwie... Man muss es auch nicht benutzen. Ein bisschen mehr hätte mir durchaus gefallen. Vielleicht wäre das eine Möglichkeit, jedes Mal, wenn man einen Szenenwechsel hat, äh, eine Karte zu ziehen und dann diese Szene sozusagen über, also die gesamte Szene in dem Thema zu bleiben. Ja, ist auch eine gute Idee, ja. Ist natürlich... Ist auch so ein bisschen Übungssache. Ist natürlich auch jeder, jeder Gruppe, ähm, jeder Gruppe, äh, selber überlassen, wie sie spielen wollte. Ich lese hier gerade, äh, besser als würfeln, niemals. Also das kommt doch immer auf die eigene Vorlieben an, äh, wie man selber spielen will. Also es gibt Leute, die, die lieben das Würfeln und ohne das Würfeln, kommen sie nicht aus. Bitte würfelt weiter, macht das weiter. Züdi macht... Vielleicht kann man auch einen Mix aus beiden machen. Züdi, genau, wollte ich auch gerade sagen. Züdi macht in ihrer, äh, DSA-Philiason-Saga macht einen Mix aus beiden. Also jetzt nicht mit dem System, sondern die hat halt normal das DSA-Würfelsystem und, äh, die Spieler können einmal in, an, in jeder Abenteuer-Session halt, anstatt zu würfeln, eine Karte ziehen. Ähm, und, äh, auch so was mit, äh, mit Interpretation machen. Ähm, also spielt so, wie ihr wollt, bitte, ähm, ihr müsst das jetzt nicht nehmen, was wir hier nehmen, was wir hier gemacht haben, aber, äh, es gibt, äh, es gibt die Art und die Art Rollenspiele zu spielen und, äh, wem es Spaß macht, dem macht's Spaß und das ist die Hauptsache. Und vor allen Dingen haben wir eine gute Geschichte erzählt, hoffentlich. Ja. Das kann man auch mit Würfel. Ich bin das nächste Mal gerne wieder dabei. Ja. Genau. Ja, cool. Ähm, ja, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt bei dem ganzen Dach. Äh, vielen Dank an alle Zuschauer, auch an die, die irgendwie, äh, mich gerade neu entdeckt haben. Hier der Shivi, Shiyai, äh, ist ja, glaube ich, äh, neu. Ähm, schön, dass du so viel kommentiert hast, das freut mich. Und das ist, hat dir auch ein bisschen, äh, 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 gefallen, hoffe ich. Äh, wir nehmen dir deinen Würfel nicht weg, keine Sorge. Und, ähm, ja, äh, wenn ihr Lust habt, äh, andere Rollenspiele zu gucken, ähm, die so ähnlich sind wie hier, über dem, äh, Xandradash ist die Adresse vom Nerdpol Forum. Da findet ihr jeden Tag mindestens einen, in letzter Zeit irgendwie mehr so drei bis fünf Streams, die, äh, jeden Tag laufen mit an unterschiedlichsten Systemen, nicht nur das schwarze Auge, sondern auch Dungeons & Dragons und Vampire the Masquerade und Savage Worlds und alles Mögliche drum und dran. Also, da findet ihr auf jeden Fall irgendwas, was eurem, äh, eurem Geschmack entspricht, hoffentlich. Und, äh, ganz viele tolle Geschichten, die dort erzählt werden. Und, äh, wenn ihr selber mal mitspielen wollt in irgendeiner Runde, könnt ihr euch auch da organisieren. Nerdpol hat auch einen Discord, wo man ganz gut sich, äh, austauschen kann. Also, schaut da mal drauf. Und, äh, der Nerdpol Adventskalender sorgt ja auch dafür, dass es jeden Tag im, äh, Advent eine besondere Folge gibt. Heute diese Folge. Morgen gibt's mich schon wieder im Nerdpol Adventskalender. Morgen spielen wir eine Runde, äh, Lovecraft-Task. Ein, das ist ein, äh, Cthulhu-eskes, äh, von Lovecraft-inspiriertes Rollenspiel, was auch anders funktioniert, auch ohne Würfel funktioniert, äh, äh, nicht mit Karten, sondern komplett ohne irgendwelche Zufallsmechaniken auskommt. Dafür hat man aber auch keine feste Rolle in diesem Spiel, sondern die Rollen tauschen nach jeder Szene einmal durch. Also, es ist sehr, sehr interessant. Wenn euch das, äh, interessiert, schaut es euch ruhig mal an um 20 Uhr wieder hier auf diesem Kanal. Und da bin ich auch dabei. Da ist der Rerion auch dabei. Ich hab's auch noch nie gespielt, äh, ich hab's nur einmal schon mal gesehen. Und, äh, es ist sehr, sehr weird und sehr, sehr strange. Äh, also, da kann man, äh, bestimmt, äh, werden wir morgen sehr, sehr viel Spaß haben. Und wenn euch das dann gefällt, dann könnt ihr dann da auch mal auf die, ähm, Verlagsseite vom Schmetterting Verlag gucken. Denn die machen gerade ein Crowdfunding zu diesem System. Und da fehlen, glaub ich, noch so 190 Euro, damit es gefundet wird. Läuft noch acht Tage. Und, äh, ich, ich glaube persönlich, dass mir das zumindest sehr viel Spaß machen wird. Ich hab's schon gebackt, äh, könnt ihr mal reingucken. Ähm, genau. Gut, ähm, genug dieser Werbung. Wo, äh, ich frag immer noch ganz gerne am Ende der Runde noch mal durch, wo man die Spielerinnen und Spieler, heute haben ja nur Spieler, äh, denn noch irgendwo so sehen kann, was ihr sonst noch so macht. Ich, äh, hab euch jetzt noch nie in anderen Streams, äh, erlebt oder gesehen. Spielt ihr noch sonst irgendwo anders? Also, bei Rerion weiß ich's, aber bei den anderen drei nicht. Äh, nee, war mein erstes Mal. Ich hoffe, es war nicht so schlimm. Nein, hat Spaß gemacht. Äh, also, medienwirksam auftreten ist nicht mein erstes Mal, aber es ist mein erstes Mal so, ähm, ein Rollenspiel zu streamen. Das wär's erst mal gewesen. Ja. Also, äh, gut. Dann, äh, brauch ich euch ja nicht fragen, wenn man euch ja noch mal sieht, oder? Cosmic Spirit? Genau, ich hab noch nächste Woche, äh, bei Zydi, PSA tatsächlich. Hm, sehr schön. Ähm, äh, das war das, auch mit Magie verwunschen und verzaubert, irgendwie sowas. Mhm. Genau, da bin ich jetzt auch mit drin. Und das war's auch dann erst mal von mir. Ja. Gereon, spielst du auch noch mal irgendwo? Oder hast du's jetzt vor, oder so? Blut geleckt? Äh. Äh, eigentlich war das schon ein bisschen. Ich hab grad etwas nach, ähm, in einem Moment bin ich, äh, woanders. Also, in keinem Stream. Okay. Ja, dann haben wir ja schon gehört, dass der Rerion morgen bei mir zu sehen ist. Und wann gibt's denn sonst noch mal was von Rerion? Denn Rerion besitzt auch einen eigenen Twitch- und YouTube-Kanal. Gibt's da demnächst irgendwas Neues? Bist gemutet übrigens, glaub ich, ne? Ja, bin ich, klar. Ähm, tatsächlich, äh, also, aktiv, äh, Spielen, das muss ich mal grad überdenken. Ja, äh, auf jeden Fall nächsten Donnerstag geht's noch mal beim guten Rarasan auf dem Kanal mit Sion weiter. Ähm. Ein schönes System, wo man die, äh, Abkömmlinge der Götter spielt, ja? Genau. Also, da sieht man mich dann nächste Woche auf jeden Fall. Okay. Ansonsten wird's auch so langsam tun. Kommt ja bald Weihnachten, nicht wahr? Richtig. So, ja, dann, äh, bedanke ich mich noch mal fürs Mitspielen und fürs Zuschauen. Äh, hoffe, ihr hattet einen, äh, Spaß an der Geschichte. Ich bin dafür, dass viel, viel mehr Geschichten erzählt werden, ob es jetzt, äh, ein Rollenspiel ist oder ob ihr das als Rollenspiel interpretiert oder nicht. Äh, mir persönlich ist das egal. Hauptsache, ich erlebe eine schöne Geschichte und ich glaub, der Shibu wäre nicht so lange hier geblieben, wenn er keine gute Geschichte gesehen hätte. Von daher, alles gut. Und, äh, mögen die Würfel in Zukunft auch auf, äh, günstig rollen für den guten Shibuai oder Shibu oder wer auch immer. Danke, danke, dass du, ähm, mit dabei warst. Ich danke auch allen. War auf jeden Fall sehr schön für mich. Also, ich fand die Herantrehensweise und auch das mit den Karten, wie gesagt, zum ersten Mal super cool. Vielen Dank auch an alle. Danke auch an Koali und an die Zuschauer. Gehen Grüße raus. Vielen Dank. Falls ihr übrigens Interesse daran habt, das auch mal zu machen, äh, mit diesen Karten. Ich kann euch, äh, wenn ihr mich anschreibt über Discord oder, äh, auf den Koala-Baum-Discord kommt und da mal freundlich nachfragt, kann ich euch, äh, mal die, das Google-Doc verlinken, wo ich die Kartenbeschreibung alle drin hab. Die Karten selber kriegt ihr, äh, auf der Ulysses-Seite im Fan-Bereich. Also, da gibt's ja das Skriptorium, da hat die jemand reingeladen. Ich glaub, das ist sogar der Autor oder die Autorin oder die Malerin dieser Karten. Das heißt, die kann man sich da runterladen und, ähm, dann könnt ihr euch das selber so zusammen schustern, wenn ihr das denn zu Hause auch machen möchtet. Also, das ist, äh, durchaus im Bereich des Möglichen, wenn ihr das auch austesten möchtet zu Hause. Tschüss. Tschüss. Tschüss.